Hallo und willkommen zum, eigentlich das ist jetzt grenzwertig, ha, schon so lange nicht mehr gesagt. Ich begrüße auf jeden Fall heute den MTC und sage mal hallo. Ja, moin, servus Leute, mein Name ist MTC und willkommen auch bei mir zu einer neuen Ausgabe, zu einem neuen Podcast mit einem sehr, sehr ehrenwerten Gast. Es ist mittlerweile schon über ein Jahr her. Ja, Sascha, sein Name vom Kanal Lautfunk, ist auch überall sonst wo bekannt als Lautfunk. Und wir dachten uns mal wieder nach der ganzen Zeit, ja, setzen wir uns mal wieder zusammen, talken ein bisschen, quatschen heute mal über, ja, so ein, zwei Themen, die uns so ein bisschen am Herzen liegen. Ja, wie geht's dir so? Mir geht es sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, es ist okay. Also es könnte immer besser sein, aber auch schlechter. Man muss sich immer an diesen Fakt halt handeln, an diesen Fakt erinnern. Es gibt Menschen, denen geht es deutlich schlechter als dir, aber auch besser. Du versuchst einfach das Beste rauszuholen, ist klar. Also ich sag dir mal, ich hab immer Jammern auf ganz hohem Niveau. Das ist richtig, ja. Ich mein, was sind wir Menschen ohne das Jammern? Also ich jammer sehr gerne, bin ich ehrlich. Ja, wenn man sonst nichts im Leben hat, jammern kann man immer. Das ist richtig, ja. Also, heutiges Thema. Ich wollte auf meinem YouTube-Kanal das Thema einzeln schon ansprechen, aber ich meine, über den Sommer hab ich generell sehr wenig Content produziert, weil es war sehr heiß und Dachgeschoss, ich hab einfach nicht die Muße dazu gehabt, irgendwas zu machen. Ich mein, du kennst das, auch wenn du nicht beim Dachgeschoss lebst. Nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr, nicht mehr. Nicht mehr. Du weißt, wie es ist, es ist heiß, es ist unertragbar und da hast du keinen Bock, dich noch vor irgendwelche LED-Lampen zu setzen und da Videos aufzunehmen. Ich mein, muss man auch ein bisschen Verständnis für haben, ne? Dennoch hab ich mir vor ein paar Wochen ein Thema aufgeschrieben. Wie fing das alles an? Ich wollte mal über das Thema, hab ich ja schon mal auf YouTube gemacht, wollte mal ein weiteres Video machen über das Thema, Warum bekommen Männer weniger Komplimente als Frauen? Und ich muss dazu sagen, kurze Vorgeschichte, ich bekomme auf meinem TikTok-Account sehr, sehr viele Videos über, also sehr viele Sprüche, Zitate und so angezeigt, sehr viel auch mit Peaky Blinders, macht auch sehr, sehr viel Content dazu, weil ich das sehr, sehr interessant finde. Und es gibt halt sehr viele Kanäle dort, die irgendwelche Sprüche reinpacken mit einsamer Wolf und ich bin ein Sigma und ein Alpha und ein Beta und so. Es gibt ja sehr viele Begriffe und sehr viele Charaktereigenschaften mittlerweile. Kurz mal zur Berichtigung, ein Sigma ist. Wir sollten auch eine Begriffserklärung machen, weil ... Genau, weil es gibt ja sehr viele, die das nicht kennen, Gott sei Dank nicht. Man muss nicht alles kennen von dieser heutigen Zeit. Also soweit, wie ich das richtig verstanden hab. Ein Alpha ist jemand, also ein Mann, der die Frauen, also der sehr viele Frauen abbekommt, der mit beiden Beinen im Leben steht, der karrieretechnisch sehr, sehr weit oben ist, der sehr viel aus seinem Leben gemacht hat. Ein Beta ist, glaub ich, boah, berichtigt mich, wenn ich da falsch stege. Ein Beta ist, glaub ich, das komplette Gegenteil. Fast sowas wie ein Simp, wenn man das noch sagen darf. Also jemand, der jeder Frau hinterher rennt und sich da runterziehen lässt und bla, bla, bla. Und irgendwann ist auch dieses Wort Sigma entstanden. Ich weiß gar nicht, woher das entstanden ist. Und das heißt so viel wie, dass man als Mann Einzelgänger ist, dass man nicht wie ein Alpha und auch nicht wie ein Beta ist, sondern dass man halt einfach sein eigenes Ding durchzieht und sich auf seine Karriere konzentriert und dass man sich da gar nicht einlönen lässt von irgendwelchen Frauen und so, dass man halt einfach sein Ding durchzieht. Als einsamer Wolf quasi. Und diese ganzen Peaky Blinders-Videos ... Ja, da musst du vielleicht auch noch erklären, was Peaky Blinders ist. Ach so, ja, natürlich. Danke für die Bericht. Ich hätte es jetzt einfach so nicht gemacht. Peaky Blinders ist eine sehr, sehr tolle Netflix-Serie, die ich neulich fertig geguckt habe. Und da geht es halt auch sehr viel um Politik. Damals 1920, 1930. Und da ist halt ein Hauptcharakter, der hat eine Frau, die wurde erschossen. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Spoiler, aber gehen wir einfach davon aus, dass ich ein Arschloch bin. Einfach mal ohne eine Spoiler-Warnung zu geben. Aber ich erkläre es ja immerhin. Ist ja egal. Auf jeden Fall geht es halt darum, er ist halt danach einsam und er konzentriert sich sehr, sehr auf sein Business. Und da haben halt sehr viele angefangen, diese Videos zu machen und so Sachen reinzupacken wie, ich bin ein Sigma, weil ich bin ein einsamer Wolf und ich konzentriere mich nur auf das Business und lasse mich nicht da einlullen dazu labern von irgendwelchen Leuten. Ich mache einfach mein Ding und fertig. Und ich mache halt sehr viele Videos über Peaky Blindness auf TikTok, weil das sehr gut ankommt, mache aber sehr tiefsinnige Zitate meistens. Also nicht mit diesem ganzen Sigma oder Alpha oder Beta-Kram, sondern einfach, wie gesagt, tiefsinnige Sachen. Und da gibt es aber trotzdem Leute, die halt so Videos machen. Die sagen dann irgendwie, ich bin ein einsamer Wolf, ich brauche keine Frau. Frauen nutzen dich halt nur aus und Frauen sind so oberflächlich. Und das geht halt hinzu, bis hin zu diesen ganzen, weiß nicht, ob du die auch schon auf deiner 4U hattest, diese ganzen Flirting-Coaches, die dann mit ihren 10.000 Followern hergehen und sagen, ja, als Mann darfst du kein Emoji nehmen, wo ein Kuss-Smiley ist oder ein rotes Herz darfst du auch nicht nehmen, weil es ist nicht maskulin und so. Da willst du mal kurz was dazu sagen. Also das ist so, dass bei mir auf der 4U ab und zu mal sowas auch mal geschwemmt wird, wenn das halt mal trendet oder so. Ich habe weniger so diese Männlichkeitsschiene bei mir in der 4U. Da sind halt andere Themen bei mir aktueller. Aber ich habe das schon mitgekriegt, dass es da halt so eine Bubble-Wolke gibt. So richtig abgegrenzt ist das ja auch nicht so wie in einer Blase, sondern schon eher wolkig. Und wo es dann auch so stellweise so um toxische Männlichkeit geht, die sich aber als wahre Männer oder Männer, die halt das wahre Mannsein bewahren, darstellen. Und ich weiß nicht, das hinterlässt bei mir immer so einen Fadengeschmack, weil wenn ich jetzt jemanden schreibe und ich will da irgendwie, dass die Emotion, die da mit dabei ist, halt ausgedrückt wird, kann ich das L lang wörtlich schreiben oder ich packe da halt ein Emoji hin. Und wenn dann halt ein Kussmund passt, eine Rose oder sonst irgendwas Nettes, Niedliches, und wenn es halt ein Einhorn ist, was Fehlstaub pupst, dann mache ich das, weil das ja halt passt. Und ich lasse mir das jetzt nicht verbieten von diesen Männlichkeitscoaches. Was ich halt immer wieder sehr, sehr witzig daran finde, ich meine, ich bekomme das auf die VU geschwemmt und ich weiß, da gibt es dann irgendwann Videos, die mir auch auf die VU geschwemmt werden, von Leuten, die darauf reagieren und auch kritisch darauf reagieren. Und ich finde es immer wieder richtig nice. Ich meine, ich sage mal so, es gibt männliche Seiten an mir, es gibt wahrscheinlich auch Seiten, die, wie sagt man dazu, zu feminin sind, so ein bisschen. Und ich bin, wie soll ich es sagen, man muss ja auch immer dazu sagen, ich bin ein weißer, heterosexueller Zissmann, wie es die Twitter-Bubble gerne sagen würde. Und ich stehe auf Frauen, ich belästige niemanden, ich will meine Ruhe haben, ich bin ein ganz friedlicher Mensch. Und wenn ich zu einer besten Freundin okay schreibe, also ein okay mit einem I, oder mal irgendwie irgendwelche Smilies benutze, also Emojis oder sowas, dann mache ich das. Nicht, weil ich weiblich wirken will, sondern weil das einfach in dem Moment passt. Und diese Coaches da, wo halt einen auf, ja, ich habe halt so voll den Plan, den Durchblick von der Frauenwelt, ich weiß ja, wie eine Frau tickt. Und eine Frau will ja gar keinen Kerl haben, der okay schreibt und so eine Sachen. Ich weiß nicht, die Leute haben da ihre 10.000 oder 15.000 Follower auf TikTok und machen da einen auf Coach, auf Flirting-Coach, und wegen, ja, mit diesen fünf Tipps kannst du jede Frau haben, noch egal, wie arrogant die Frau ist, du kannst die alle haben und machen dann einen auf, ja, dieses Eiweißpulverchen musst du konsumieren und das und das. Also nicht alle sind so, aber es bildet sich halt immer so. Ich sage, der Kreis geht halt dann zu, der Kreis schließt sich halt so ein bisschen. Und diese Leute, die sehe ich halt oftmals auf meiner For You und ich dachte, weißt du so, du musst auf YouTube mal darüber reden, weil es ist natürlich unterhaltsam auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, das sind ja Leute, die anderen Leuten, die vielleicht jetzt nicht so viel Plan im Leben haben, die noch nicht so viel erlebt haben, die denken halt wirklich, okay, dieser Flirting-Coach auf TikTok, der sagt die Wahrheit, das ist ein Macher und der erklärt sich alle Frauen, weil er sagt, so und so hast du dich als richtiger Mann zu verhalten. Ich kann mich noch so an Zeiten erinnern, das ist jetzt nur so vielleicht fünf Jahre her, da hat man immer solche Scherzbilderchen gehabt, dass halt Frauen einen Mann suchen, der aussieht wie ein Holzfäller, aber das Benehmen eines Gentleman hat. Und da ist ja auch irgendwo was Wahres dran. Also wenn ich mal so Frauen, die Freundinnen meiner Freundin höre und wenn die sich unterhalten untereinander, dann taucht das schon immer auf, dass halt Männer eine gewisse Männlichkeit haben müssen, aber auch halt es sehr geschätzt wird, wenn die auch halt feinfühlig sind. Und diese Coaches sprechen den Männern dann ja irgendwo auch diese Feinfühligkeit ab. Also was nützt das denn, wenn du die ganze Zeit noch so ein Raubein hast als Partner und der halt in keinster Weise irgendwie Emotionen zeigt. Ja, ich meine, ich bin ein Mensch, ich bin ein menschliches Wesen, ich habe Emotionen. Ob ich die jetzt immer so rauslasse und zeige, das weiß ich nicht, aber ich habe Emotionen. Und soll ich nur, damit ich männlich wirke, keine Emotionen mehr haben dürfen? Vor allem, es wird halt immer wieder dick und fett gesagt, du darfst halt nicht weinen vor einer Frau, weil eine Frau findet sowas überhaupt nicht attraktiv und bla bla bla. Ich meine, die Leute sagen halt immer, ja, eine Frau steht auf den klassischen 1,90 Kerl, und alles unter 1,90 ist ja überhaupt nicht gut genug und muskulös muss er sein, einen festen Job wahrscheinlich irgendwo ganz oben, weißt du, mit dabei, Filialleiter oder ein bisschen höher, der Mann, was weiß ich, fettes Auto und bla bla bla. Diese ganzen, diese Klischee-Bilder halt, von dem, weißt du, die machen halt eine Frau immer wieder zu dieser oberflächlichen, blöden Kuh, weißt du, die halt einfach überall hausieren geht damit, dass sie einen geilen Kerl sucht und alle, die halt nett sind oder lieb und nett, die landen alle in der Friendzone. Wir wissen alle, dass es Frauen gibt, die oberflächlich sind, es gibt Männer, die so sind und, keine Ahnung, diverse Leute, die so sind und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Wir wissen alle, es gibt Arschlöcher auf dieser Welt, egal ob weiß, schwarz, rot, grün, blau, es gibt überall Idioten auf der Welt. Müssen wir nicht drüber reden, so, das wissen wir, aber ich finde es halt immer schade, dass Leute irgendwie, weißt du, dieses Klischee halt einfach, was man so kennt, die bauen sich ihre Bubble darauf auf und die verstehen gar nicht, dass jüngere Leute, die halt einfach beispielsweise noch gar keine Freundin haben oder sowas, dass die halt da zugucken und dass die das halt als Fakten halt einfach sehen und das ist halt das Schwierige daran, das ist wirklich das Schwierige. Wir wissen alle, es gibt viele Frauen da draußen, die arrogant sind und oberflächlich und auf einen coolen Typ steht mit einem coolen Buddy. Jeder hat so seine Geschmäcker und Vorlieben. Genau, das ist es nämlich. Jeder hat halt seine, ja, Favorisierung, hat seine, ja, wie soll man das sagen, den Typ, worauf er steht. Und wenn das halt ein Sportler ist, der gut Geld verdient und halt auch noch ein bisschen, ja, assi-männliches Verhalten hat, ja gut, dann ist das halt so, dann steht die Frau da drauf. Gibt auch Typen, die super lieb und nett sind und halt auf, auf eine Frau stehen, die halt ein nicht weibliches Verhalten am Tag legt, was man halt so mit, ähm, nicht weiblichen Verbindungen bringt, weil, ich glaube, dass, ich glaube, egal, wie man das jetzt ausdrücken will oder so, das kann man immer falsch auslegen, weil, selbst ich bin ja, ähm, ja, irgendwie vorbelastet, weil, du, kulturelle Erziehung, bla, 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 ähm, was weiblich, was männlich ist, fängt doch schon als Kind an, du läufst über den Weg, stolperst und haust dir das Knie auf, wie oft sagt man, ohne darüber nachzudenken, ein Idealer kennen kann Schmerz, ja, äh, ja, ich kenne die Sprüche, ja, dann manchmal geht das ja auch so weit, Männer weinen nicht, du bist doch ein Junge, und so weiter, so, und das sind ja auch Sachen, die halt, ähm, prägend sind, ähm, entweder löst du dich irgendwann mal aus dieser Prägung und, ähm, wirst du offener, oder, ähm, das bleibt so, und dann bist du empfänglich auch für solche Botschaften, weil, du kriegst keine Frau ab, du kriegst keine Freundin, weil du nicht männlich genug bist, in Anführungszeichen, siehst du, ich muss sogar die Anführungszeichen machen, damit das noch deutlicher wird. Es ist halt krass, ähm, weißt du, manchmal gucke ich mir solche TikTok-Videos an, und, ähm, hab so das Gefühl, dass die Leute, ich meine, die Leute, keine Ahnung, stehen dann da, oder, oder was weiß ich, machen halt das Video in irgendeiner Pause, und, äh, zeigen da, wie, wie krasse, welche krassen Muckis die halt haben, und sagen, ja, guck mal, ich, ich mach halt, äh, Fitness und so, ne, ich, ich kenn mich ja aus, ich, ich kenn ja die Frauen, wie sie sind, ne, ich schlepp die ja jede Woche ab, ich weiß ja, dass alle Frauen gleich sind, und so nach dem Motto, ne, und du, du sitzt halt dann da als, als, äh, Konsument und denkst dir so, was für ein kleines Selbstbewusstsein muss man haben, dass man auf die Idee kommt, zu sagen, dass alle Frauen gleich sind. Ja, vor allen Dingen, er schleppt ja auch immer nur die gleiche Sorte Frauen ab. Der lebt ja, der lebt ja genauso in einer Bubble, wo er auch nur bestimmten Typ Frauen begegnet, und bestimmter Typ Frauen steht ja auch nur auf ihn, also er kann ja nur quasi die Schnittmenge daraus abschleppen, und das ist halt dann für ihn alle Frauen. Schon wieder hab ich Gänsefüßchen gemacht. Das ist, wie soll ich das sagen, das ist so engstirnig, das ist genauso, wenn ein Typ mir sagt, ja, ich kann jede Frau haben, egal was, schau mal an hier, hier ist das Auto, da ist mein Häuschen und so weiter und so fort, hier ist mein Buddy. Ähm, ja, du wirst garantiert eine gewisse Sorte von Frauen häufiger abschleppen, aber nur eine gewisse Sorte, die halt auf sowas steht. Alle anderen denken sich so, was für ein Blender. Ja, vor allem, es gibt dann Frauen, die so eine Art Männer jetzt ablehnen und sagen, nee, das ist mir einfach zu much und so, dieses ganze positive Gequatsche, so weißt du, und dieses ganze, oh, guck mal, ich bin's. Es gibt ja auch Frauen, die sowas unattraktiv finden. Da heißt es, ja, du lügst und so, ne, und ja, du stehst halt nicht dazu und bla bla bla. Weißt du, ähm, ich hab mich mit diesem Thema halt, äh, so ein bisschen beschäftigt oder hab mir da etliche Fragen gestellt, weil, ich mein, du kannst sowas halt nie mit Fakten belegen. Es gibt halt, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Die einen sind so, die anderen so. Die Frage aber, äh, die ich mir grad stelle oder beziehungsweise schon lange gestellt hab, das geht auch so ein bisschen in dieses Philosophische, warum bekommen wir Männer eigentlich wirklich kaum ein Kompliment? Und Frauen bekommen halt häufiger ein Kompliment? Aber du musst dir mal vorstellen, wenn, keine Ahnung, du machst jetzt ein Bild von deinem Körper oder was weiß ich, irgendwo, stehst da rum mit einer coolen Pose, da schreiben dir maximal so ein paar Männer, ey, coole Pose, Bro, und hast du nicht gesehen? Und die Frauen, die halten sich da immer zurück mit den Komplimenten. Weißt du, hab ich so das Gefühl. Wie, wie, wie waren deine Einschätzungen so im Leben zu dem Thema? Also, äh, Partnerinnen haben öfters sagen wir mal gesagt gehabt, oh, das ist schick, das steht dir gut oder so, ne? Ja. Aber, ähm, Komplimente von anderen Männern oder so, ne, das gar nicht mal so. Das war dann eher halt, entweder Familie oder Partnerin, die gerade gesagt haben, Bro, das ist cool. Weißt du, das Ding ist halt, ähm, ich hätte, wenn ich dieses Video jetzt, ähm, also generell ohne den Podcast gemacht hätte über dieses Thema, hätte ich noch eine Sache angesprochen, die ist eigentlich, äh, cool zu wissen. Ich glaub, die hab ich irgendwann mal auf YouTube angesprochen. Ich bin mir grad sehr, sehr unsicher, ist alles sehr, sehr verschwommen. Musst dir vorstellen, oder die Leute jetzt, da, da, die da zuhören, es gibt ja ne, ne Streamerin, Sängerin, YouTuberin, die heißt Lara Loft, ne, kennst du bestimmt auch, ne? Ja, klar. Und, äh, ich hab die mal ne Zeit lang verfolgt, weil, du musst dir vorstellen, gibt's so ein Game, Fallout 4, war auch ne Zeit lang ein Lieblingsspiel von mir und da hat sie halt, äh, weil sie auch Synchronsprecherin ist, hat sie da ne, ne Frau dort vertont, die da mitgespielt hat und ich fand ihre Stimme interessant und hab dann auch mal bei ihrem YouTube-Kanal reingeguckt, hab die Songs gefeiert und, ähm, hab auch sehr, sehr oft die Streams von ihr verfolgt, weil es witzige, abendliche, Horror-Spielrunden waren und irgendwann mal, ich bin ja ein sehr, sehr stiller Zuschauer, wenn ich in den Stream gucke und irgendwann, ähm, also, das ist jetzt so ne, so ne Info, die ist jetzt nicht so wichtig, so, aber ich hab eines Tages oder eines Abends mal ein, zwei Bierchen getrunken, hab da ein bisschen zugeguckt und hatte einfach mal das Bedürfnis zu sagen, ey, du hast ne echt tolle Stimme, ähm, cool, dass du bei Fallout 4 mitgesprochen, also mitgespielt hast da als Synchronsprecherin und hast heute hübsche Haare und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schnell die Mods mich da weggebannt haben, also, getimeoutet haben, als, ich hab mich dann sehr gewundert, weil ich ja gar nichts Böses gesagt hätte, weil ich hab gesagt, ey, du hast schöne Haare und hab halt was über die Stimme gesagt und als ich dann wieder frei war, hab ich dann gefragt, äh, warum wurde ich jetzt getimeoutet, ich hab doch gar nichts Böses gesagt oder was hab ich falsch gemacht und dann hieß es ja, ähm, sie streamt hier gerade privat, äh, und sie zockt halt auch privat, sie will nicht auf ihren Beruf, also auf das Synchronsprechen angesprochen werden und, ähm, da hab ich gemeint, okay, ja gut, das war eigentlich was Positives, also positiv gemeint, aber ist teilweise verständlich, ist okay, aber warum dann das mit den Haaren, ich hab ja nur gemeint, du hast heute auch hübsche Haare oder eine hübsche Frisur, haben halt gemeint, ja, das ist halt oberflächlich so, das gehört halt hier nicht hin und dann bin ich ehrlich so, das hat ja nichts mit ihr zu tun gehabt, sondern mit den Mods, ähm, ich hab dann sie eine sehr, sehr lange Zeit gar nicht mehr verfolgt, weil ich irgendwie so ein ganz, ganz negatives Bild davon hatte und da hab ich mich halt sehr, sehr lange gefragt, warum ist es eigentlich so schlimm für manche Frauen, wenn man Komplimente da lässt, ich mein, wir wissen, wir kennen alle diese, diese unangenehmen Komplimente, geiler Arschpuppe und so, wir wissen alle, dass solche Komplimente einfach gar nicht fit gehen, früher war das halt mal für sehr viele normal, mittlerweile kommt es immer mehr zum Vorschein, dass sowas halt einfach unangenehm ist und das ist auch voll okay, ich bin ja auch dafür, dass man da auch ein bisschen auf die Wortwahl achtet, aber ich mein, wo ist das Problem, wenn man einfach mal zu einer Frau im Internet vor allem sagt, ey, du hast heute eine hübsche Frisur oder ey, du hast hübsche Zähne als Beispiel, ne, hab ich auch schon mal irgendwo gebracht und viele fühlen sich halt da angegriffen und sagen, nee, das oberflächlichste gehört hier nicht her, jeder hat so seine Regeln auf Twitch, ist ganz klar, ich will das auch gar nicht verurteilen, aber da dachte ich mir so, weißt du, wenn ich jetzt zu einem Kerl gegangen wäre, ey, du hast heute einen schicken Bart, ach cool, danke schön, cool, weißt du, so wie ich meine, und die Frauen, auch wenn sie es nicht selber war, aber die Mods, die drehen halt direkt am Rädchen und ich dachte mir so, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Das könnte aber auch vielleicht an der Masse liegen. Das ist ja nicht nur einer, der ein Kompliment macht, das sind ja viele. Gut, das stimmt auch wieder. Dann wäre ja vielleicht gar kein richtiges Gespräch mehr möglich, weil halt nur Komplimente kommen und ich glaube, je prominenter jemand ist, umso mehr ist das. Ich glaube halt auch, also ich bin ja nicht dumm oder auf den Kopf gefallen, ich weiß ja, dass sehr viele Frauen, die, sagen wir es mal so, die sich sehr, sehr hübsch im Internet präsentieren, die halt von sich selber wissen, dass sie halt hübsch sind, die halt auch so nette Bilder machen, also jetzt normale Bilder so, dass sie halt auch sehr viele Komplimente bekommen und wir wissen halt, keine Ahnung, dass die Leute halt, dass sie die Komplimente nicht mehr ganz so ernst nehmen, weil einfach die Masse halt einfach da ist. Ich habe mal, was war denn das, ein TikTok-Video, glaube ich, war das, ja, war ein TikTok-Video, da hat eine Frau gesagt, sie bekommt am Tag über 100 Komplimente über ihr Aussehen und sie kann sich gar nicht mehr an die Leute erinnern und der Typ hat halt gemeint, ja, vor drei Monaten hat mal eine Kassiererin zu mir gesagt, ja, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und da kann er sich jeden Tag dran erinnern, weil es halt so selten vorkommt, das ist halt wahr, ne, das ist halt, das stimmt halt einfach. Ich höre öfters mal, dass ich eine nette Stimme habe und, ja, gut, ähm, aber sag mal, so ein Kompliment von wegen, so nettes Lächeln oder so, das bekomme ich jetzt, ähm, extrem selten, ähm, wenn ich mal so was kriege, dann kann ich mich natürlich lange Zeit daran erinnern, ja, das ist halt wirklich so, weil das halt so ein Ausnahmefall ist, aber, ähm, ich kann dir auch nicht, nicht sagen, warum das so ist, weil, eigentlich sollte das doch normal sein, so ein Geben und Nehmen, ähm, wenn es halt um das Thema Komplimente geht, weil, ich bin auch nur ein Mensch und, wenn den anderen etwas gefällt oder so, dann soll er es sagen, genauso soll einer sagen, da bin ich sogar dankbar drum, ey, die Hose steht hier überhaupt nicht. Eben, aber, aber hey, laut Twitter musst du dir vorstellen, also diese ganze Twitter-Bubble, die sagt dann, ja, das ist ja Kritik und Kritik hat ja hier nichts verloren, weil, das ist ja meine positive Welt und ich will hier in meinem Stream oder in meinem Post, äh, positive Vibes irgendwie spreaden, weißt du, die haben Deutsch, Englisch, da weißt du, und sagen irgendwie, nee, Negativität nehmen wir gar nicht aus, da darfst du gar nichts sagen, ganz im Gegenteil, da heißt es direkt, ne, nö, das ist, das ist was Negatives, das hat hier nichts zu suchen. Ach, du darfst gar nichts sagen? Ah. Nee, natürlich, auch kein Kompliment, nix, nur einfach zugucken und die Fresse halten. Weißt du, was ich krass finde? Wir wissen, wir wissen alle, wie gesagt, dieses typische, oh, geile Arschpuppe und bla und blub, ne, und du bist bestimmt so geil zu haben und hast du nicht gesehen, wir wissen, das geht einfach nicht, das geht nirgendwo, klar. Aber weißt du so, ich war mal bei einer anderen Streamerin drin, wie gesagt, ich schreibe so gut wie gar nicht so. Ich zocke halt meist hauptsächlich und gucke nebenbei ein bisschen die Streams an, wenn ich am PC bin. Da war auch ein Mädel, die haben zehn Zuschauer maximal gehabt und die hat ab und zu mal ein bisschen gelacht, da habe ich gemeint, du hast schöne Zähne. So, und die hat halt direkt gemeint, ah, du bist so ein Weirdo und so ein Creep und so, wer bist du denn und so, und die hat das so total krass aufgenommen. Und da habe ich halt gedacht, weißt du so, weißt du, da gibt es halt so TikToker, also diese, ne, diese typischen Flirting-Coaches und so, ich denke mir halt so, ja gut, okay, die hat es halt ein bisschen übertrieben mit ihrer Reaktion, aber naja, gucke ich einfach nicht mehr vorbei, wenn das so eine ist, die halt so alles so auf die Goldwaage legt. Und da gibt es halt wirklich Männer, die sagen halt dann, naja, nicht mehr atmen darfst du, nicht mehr existieren darfst du, die hassen doch die Männer. Ich würde halt jetzt nicht sagen, dass das Männerhass ist, wenn man jetzt so drauf reagiert, von wegen, du bist doch ein Creep oder ein Weirdo, aber du distanzierst dich halt einfach und was passiert dann? Leute wie ich werden dann introvertiert und sagen halt gar nichts mehr, keine Komplimente, darfst du nicht mal sagen, ey, ne, aber was muss ich dir vorstellen, das finde ich so, das finde ich so gut. Soll ich da euch gerade so ein bisschen viel rede, aber das Thema ist einfach so krass unterhaltsam und interessant. Wir haben ja vorhin ganz kurz, privat nochmal kurz drüber geredet, früher war ja vieles anders, ne, was Komplimente betrifft und ich habe da eine Dame gesehen, die war Anfang, Mitte 30, Ende 30, so, eine Kassiererin und war vor ein paar Wochen und ich habe zu ihr gemeint, sie haben aber echt eine schöne Stimme, die hat so eine markante Stimme gehabt und ich finde es immer sehr, sehr toll, wenn Menschen, egal ob Frauen oder Männer, wenn die halt mal auch eine andere Stimme haben, so eine außergewöhnliche Stimme und ich habe das ihr gesagt, du hast echt eine schöne Stimme und sie hat halt gegrinzt ein bisschen und hat gemeint, danke schön, das habe ich noch nie gehört, aber danke so, weißt du, und ich finde sowas toll halt einfach, wenn man mal ein Kompliment bekommt, was nett gemeint ist, wie schöne Haare oder schöne Zähne, weißt du, Ja, vielleicht ist das aber auch, weil du nicht so viele Komplimente kriegst, ich meine, wenn meine Freundin live geht auf TikTok, da hörst du ständig, boah, deine Haare sind so toll und du siehst so toll aus und du bist so toll und ja, das macht so 30 Prozent des Chats aus und ich glaube, das nervt irgendwann mal. Ich glaube, ich war mal bei deiner Freundin im Live, also wo sie live war, war ich mal drinnen im Chat und ich glaube, ich habe mal geschrieben, äh, schicker Hut und ich wurde Gott sei Dank nicht gebannt tatsächlich. Ja, du meinst, weil sie immer halt mit Aluhut streamt und Patientenhemdchen. Weißt du, das Ding ist, ich kann mir halt gut vorstellen, also so wirklich, also spaßbar sein, ich kann mir gut vorstellen, dass es Frauen da draußen gibt, die halt einfach massig Kommentare bekommen und die Kommentare sind teilweise auch sehr, sehr unverschämt und ich glaube, dass sie wirklich genervt sind davon, dass man sich so denkt, hey, ich streame jetzt gerade auf Twitch, will da einfach mein Game zocken als Spieler, halt einfach, ich bin halt jemand, der zockt halt einfach so gerne und ich will zocken und das war's, ich will auf das Game reduziert werden oder auf die Art und Weise, wie ich unterhalte und nicht darauf, dass ich schöne Haare habe. Ich glaube schon, dass es Frauen gibt, die das halt ultra nervig finden und ich verstehe das ja auch. Ja, nicht nur Frauen, das würden ja auch Männer nervig werden. Ja, ja, gibt, gibt schon, ich weiß nicht, also, ich muss dir vorstellen, ich bekomme schon seit Jahren auf YouTube immer mal wieder gesagt, ey, du hast eine schöne Stimme, mach doch mal was im Radio und meist liegt es halt dann an meinen Bass-Einstellungen, dass die Leute so was sagen, bin ich ehrlich, meine Audios klingen beschissen. Ich gebe dir einen Tipp, BBE, Ultra Maximizer, der macht dir einen perfekten Radio-Sound. Es ist, ja, also, meine Freundin ist ja nicht, ist ja nicht groß oder so, die hat ja irgendwie, ähm, keine tausend Follower auf Instagram und, ähm, gerade mal irgendwie so, so zwölftausend auf, äh, TikTok. Und selbst die bekommt manchmal Aubergine-Bilder von irgendwelchen Männern. Und, ähm, ja, ähm, das ist dann halt so ein Ding, das, das häuft sich einfach, ne, also, private Nachrichten, ähm, mit oder ohne Foto, ähm, im einfachsten Fall ist es einfach, hallo, du bist ja voll nett und bla bla bla, in den nächsten hast du einen freien Oberkörper oder halt die nächste Klasse ist, ähm, du hast halt einen tiefen Einblick, was halt an der Unterhose ist. Ja, eben. Ich glaube, das ist einfach die Masse, die Masse, die es macht. Ich hatte mal mich mit der, ähm, ich weiß nicht, ob du die TikTokerin kennst, die mit den Hunden. Mit den Hunden? Ja, die mit den Hunden. Ähm, mir wird da viel auf TikTok gezeigt mit Tieren. Nee, die heißt auch so, die heißt auch so, die mit den Hunden. Ja? Und, ähm, die ist halt, die macht da halt so, typischen TikTok-Content, so ein bisschen lustig und so, ähm, benutzt das wohl so als Funnel, so nennt man das im Marketing-Sprech, um die Leute halt auf ihren All-Nee-Fans-Account, ähm, aufmerksam zu machen, wo halt, ähm, freizügige Bilder sind, also kein, kein Porn, sondern ästhetisch freizügige Bilder. Zumindest das, was ich so in der zensierten Form so gesehen habe von ihr. Würdest du sowas als Softcore bezeichnen oder, oder jetzt nicht so schlimm? Weil es gibt ja auch Softcore-Bilder. Das ist ja so, so eher, eher Akt, weil, ähm, ach so, okay, okay. Also ästhetisch ansprechende Bilder, also. Also schon mit mehr Stil, sagst du so. Ja, und Aufwand, also Kostüme, genau, mit mehr Stil. Garantiert Posen, die nicht unbedingt, ähm, schön sind, wenn man sehr längere Zeit machen muss. Aber, was dann halt nett aussieht und dann halt immer so Themensachen, ähm, sie postet ja immer mal so Teaser oder so, halt auch auf Instagram, um halt, ähm, potenzielle Kunden halt anzulocken. Ja, ist ja auch, ist ja auch voll in Ordnung. Auf jeden Fall hatte ich mich dann mit ihr privat unterhalten und, ähm, die bekommt massig, richtig massig, ähm, Kommentare und noch viel mehr, ähm, private Nachrichten. Und, ähm, sie sagt, das ist so viel, dass es, wenn es nur so belanglose Sachen sind, von wegen so, oh, du siehst toll aus, bla, bla, das ist schon eher nervt, weil, ähm, man dieser Sache nicht Herr wird. Also, das kannst du nicht abarbeiten. Die müsste eigentlich zwei, drei Leute einstellen, die sich halt nur um dieses Social Media kümmert, damit da Antworten rausgehen, weil sie das alleine von der Zeit her nicht schaffen kann, weil ein Mensch hat nur eine gewisse Zeit, wo er was tun kann. Und, ähm, ja, ich glaube, das ist auch einfach so, dass es dann irgendwann mal anfängt, tierisch zu nerven, wenn du da ständig belanglose Nachrichten hast. Also, nicht, wenn da einer hingeht und irgendwas mit ein bisschen mehr Tiefgang dir schreibt. Ich sehe das ja bei meiner Freundin. Du bist voll hübsch. Ja, tolle Nachricht. Kann ich dir sagen. Hast dir viel Mühe gegeben. Genau. Genau. Ähm, deswegen, also, ähm, ich kann dir nicht sagen, warum halt, ähm, Männer weniger Komplimente kriegen wie Frauen. aber, wenn das einfach zu viel wird, dann nervt das. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie es bei mir wäre. Man, gehen wir mal hypothetisch davon aus, ne, man bekommt jetzt jeden Tag, keine Ahnung, 30 Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die sagen, 30 ist ja nicht viel. Es ist ja noch überschaubar, ne. Okay, gehen wir einfach nur 100 aus. Okay, bekommst du jeden Tag so 100 Nachrichten so, von irgendwelchen Leuten, so irgendwelche Frauen halt, die dann sagen, boah, nette Glatz oder sowas, keine Ahnung. Ich war, ich kenne keine Komplimente, wo man Männern machen könnte, so, netter Barz oder schöne Stimme oder, oder, keine Ahnung, schöne Videos, ich hab keine Ahnung. Und, ähm, ich wüsste gar nicht, also hypothetisch gesehen, würde es mich da stören bei 100 Nachrichten? Stören, glaube ich, weniger, also ich werde jetzt nicht angepisst. Ähm, nur die, wie soll ich sagen, weißt du, wenn sowas einmal vorkommt, ne, da kommt jemand an, ah, du hast eine schöne Stimme und dann denkst du so, oh, cooles Kompliment, ne, cooler Kommentar. Ähm, freut mich halt, du lächelst halt so ein bisschen, ne, und, ähm, ich glaube, wenn du sowas sehr, sehr oft bekommst, dann wird die Reaktion etwas, ja, nicht mehr, du bist nicht mehr ganz so, wow, guck mal an, Stell mal vor, du hast jetzt dein Postfach, da sind 1000 Nachrichten drin, ne, und von diesen 1000 Nachrichten sind vielleicht drei oder zehn Stück wichtig, du musst dir alle scheiß Nachrichten angucken, um diese Nachrichten zu finden, die wichtig sind, weil halt über dieses Profil kommen halt auch mal, sag ich mal, Aufträge rein oder sonst was. Ich glaube, so Fanpost-Geschichten sind sowieso immer so ein Thema für sich, ne, man kann ja dankbar sein, wenn man, wenn man so einen Status erreicht im Internet, dass man da halt Fanposten so bekommt, es ist halt, es ist, wie du schon gesagt hast, ich glaube, es geht um den Inhalt so, weißt du, wenn da jemand sagt, oh, keine Ahnung, bist du total hübsch so, ist halt die eine Sache, aber ich glaube, bei solchen Streamerinnen, wenn, wenn die auf den Chat gucken und die den Chat, also, also, wenn, wenn es übersichtlich ist, sag ich jetzt mal, wenn da dann so ein Kommentar kommt wie, ah, deine, deine Streams sind total, ähm, unterhaltsam, ich gucke die mir immer abends an zum Einschlafen und es entspannt total, ich glaube, dass die, wenn die so einen Kommentar lesen, dass sie das in dem Moment vielleicht etwas glücklicher macht wie ein, ah, du bist halt hübsch, weißt du so, weil es halt schon so ein bisschen mit mehr Tiefgang halt zu tun hat, ne? Ja, dann kannst du ja auch sagen, du hast halt große, äh, sekundare Geschlechtsmerkmale. Das kann man auch sagen, ja. Ich, ich würde mich, also, no joke, ich bin ja ziemlich introvertiert und, ähm, schüchtern im, im Realife, ich würde mich nie, also nie trauen, zu einer Frau zu sagen, boah, du bist aber geil, ne? Oder du hast geile, äh, sekundäre Geschlechts, ich würde mich, also, nicht mal mit zehn Bier im Kopf, ich würde mich nie trauen, sowas zu sagen, nie. Das, ich würde mich nie sowas trauen. Also, weißt du, also, nee, ich lasse jetzt mal hier halt, so, das, das Alpha-Männchen raushängen, ja? Okay. Ich denke mir sowas öfters, ne? Natürlich denkt man sich sowas, man ist ja auch heterosexuell und, weißt du? Oh, Schiri, du hast aber ein nettes Popü. Ja? Das denke ich mir ganz oft, aber ich würde es nie, nie offen kommunizieren. Ich sage manchmal meiner Freundin so, ne, so, oh ja, guck mal, die schaut aber nett aus. Oder, oh ja, das ist was sexy. Ja? Aber, ich käme nie auf die Idee, auf diese arme Frau, loszugehen und sagen, oh, Schiri, du hast so ein schönes Popü, das macht mich ganz glücklich. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist, es gibt halt sehr viele anonyme Leute im Internet, ne? Das ist mir bei Facebook schon aufgefallen, ich meine, über die Facebook-Thematik haben wir auch schon sehr, sehr oft geredet, ne? dass es da immer wieder Frauen gibt, die noch nicht mal irgendwie schlimme Bilder posten, die bekommen da Massen an. Ja, aber das ist ja nicht nur auf Facebook, ich glaube, das ist egal, wo im Internet. Wenn du weiblich bist und irgendwas von dir zeigst und wenn das nur der Fußnagel ist in Großformat, da kriegst du garantiert. Da kriegst du garantiert. Meine Freundin hatte aufgrund von dummen Anfragen, haben wir uns aus Scherz einen Shop eingerichtet auf ihrer Internetseite und haben da so Produkte verkauft wie Badewasser, Okay, krass, Ohrenschmalz, Popel, Kotbatzen, getragene Unterhose, so getragene Socken und so weiter. Es gab tatsächlich Leute, die haben da draufgeklickt. Die haben die Sachen im Einkaufskörbchen getan. Das funktioniert irgendwie. Ich glaube, je kranker und je perverser das solch ist und so besser läuft es. Wir haben dann nach einem Monat den Shop wieder runtergenommen. Der Scherz war gelaufen, aber es war erschreckend gewesen, dass der in den Zeitraum bestimmt, 100 Bestellungen eingegangen sind und wäre das ein echter Shop gewesen mit echten Verknüpfungen zu Bezahlungsmitteln, hätten die Leute das echt gekauft und es waren absolut hohe Preise. Ich meine, 500 Milliliter Badewasser für 300 Euro. Wer kauft sowas, wenn er jetzt nicht unbedingt da, wie hieß er nochmal, Delfin, Dingsbums da? Ja, Welledelfin, ne? Ja, dran steht. Das sind dann so Absurditäten, ja. Es gibt manchmal Momente im Alltag, wenn ich mir sowas reinziehe, wenn ich davon Wind mitbekomme, dass es so Leute gibt, die sowas kaufen und sich dafür interessieren. Ich weiß, dass das Wort ist ziemlich negativ behaftet in letzter Zeit in der Öffentlichkeit, aber ich bin dann schon froh, drum relativ normal zu sein. Also, weiß ich nicht. Ich meine, es gibt sehr viele Fetische, wo man sagt, ja, kennt man, ist jetzt nicht so krass abwegig, sowas wie ein Fußfetisch oder so Geschichten, aber weiß, dass Leute auf Zehennägel stehen und auf Badewasser, das ist halt schon, da frage ich mich halt bei den Leuten so, weiß ich nicht, was da so abgelaufen ist im Leben, ob das irgendwie so Außerirdische sind oder sowas, ne? Und es sind ja, du musst dir forschen, das sind jetzt nicht irgendwelche Psychos oder so, es sind so Leute, Metzger, keine Ahnung, Bankleute, die bei der Bank arbeiten, so ganz nette Leute, wo du sowas gar nicht denken würdest, dass die so drauf sind, ne, privat. Da sind hier zwei Sachen, einmal muss man ja einmal erklären, ein Fetisch ist ja etwas, wo es sein muss, bei einer Vorliebe kann es sein, ja? Also wenn ich einen Fetisch habe, dann brauche ich, um halt auf Touren zu kommen, halt diesen, diesen Gegenstand, diese Situation oder sonst was und bei einer Vorliebe ist dann halt, dann bin ich halt noch mehr auf Touren, wenn ich schon vor auf Touren war, um das mal so auszudrücken. Ich habe mich mal mit einer Domina unterhalten, das war auf einer Party gewesen, die habe ich da kennengelernt und dann so Gespräch so, was machst du denn so beruflich und du und du? Ich meine, die Menschen unterhalten sich ja erst immer darüber, was sie beruflich macht. Nachdem das Wetter durch ist, unterhält man sich darüber, was man beruflich macht. Und dann kam halt so heraus, dass er halt Domina ist und du wirst dich wundern. Also so viele Normale gehen da gar nicht. Das sind meistens so Leute, die gut verdienen, in Führungspositionen sind, die sich da mal ganz gerne ein bisschen erniedrigen lassen und dann halt auf Touren kommen. Ähm, ja, das, das Leben ist halt irgendwie ein großer Haufen Potpourri und da sind halt viele verschiedene Sachen drin. Ähm, unter anderem halt auch Männer, die halt ein bisschen fehlgeleitet sind, weil sie meinen, das ist halt ein besonderes Bild von Männlichkeit, tiefe Stimme, Muskulatur, ein, ähm, wie heißt das nochmal? Ähm, dieses, diese Hemm, Holzfällerhemd. Ähm, ja, äh, eine breite Schulter. Dann halt das passende Auto dazu. Das ist halt, das ist das, was halt männlich ist. Ähm, was fällt mir dazu ein? Tom Selleck in der Serie ja damals, ähm, Magnum. Ja. Porsche, breites Kreuz, Hawaii-Hemd, Brustbehaarung bis zum Gehtnichtmehr. Ja. Ähm. Also ich, ich kann, ich kann, äh, den Leuten, die da gerade zuhören, kann ich nur sagen, also, ähm, was dieses Thema, ja, wenn du das und das hast, äh, dann hast du viel mehr Chancen bei Frauen. Also ich kann von den ganzen Sachen, die jetzt, ähm, Sascha aufgezählt hat, kann ich sagen, von den ganzen Kategorien kann ich maximal ein bisschen die tiefe Stimme, äh, nachweisen und die Brustbehaarung und ich hab trotzdem kein Erfolg bei Frauen. Also kann, kann ich sagen, wie es ist. Ja. Ich meine, wir haben ja gerade dabei auch, ähm, ein Chat und, äh, ja, ich seh ja, du hast ein breites Kreuz und so und, ähm, ja. Also ich hab keinen Erfolg bei Frauen, sag ich dir, ich hab's immer noch sehr schwer. Gut, mir fehlt, mir fehlt wahrscheinlich das Auto, das kann's sein natürlich. Ich glaube, das, das muss das Auto sein, bin ich dir ehrlich. Ja, aber den kann man ja mieten. Na gut, für den Vorführeffekt, das stimmt. Ähm, ja, aber das sind doch eigentlich so, ähm, Sachen, die eigentlich mal nur gut funktionieren bei, wenn man jung ist. Also ich weiß noch, ähm, damals in der Schule, so 10. Klasse, da fanden die Mädchen das immer ganz toll. ich hab'n Freund und der hat ein Auto und dann die nächste, ich hab'n Freund und der fährt Porsche. Dabei war das dieser Porsche, der, das Porsche, ähm, Karosse, die auf den, ähm, Chassé vom, ähm, Käfer geschraubt wurde. Das hörte sich total witzig an, weil du diesen typischen Käfer-Sound hattest, aber halt eine Porsche-Optik. Ja, also Fake-Porsche. Und dann, aber der fährt einen Porsche und so. Ja, und da hab' ich mir auch immer genau gedacht, was ist da denn jetzt toll? In zwei Monaten hab' ich auch einen Führerschein. Ja, also. Es ist genauso wie früher, ähm, meine Mutter hat mir das, ähm, damals erzählt. Sie hat gemeint, früher waren die Mädels so in den 60ern, 70ern so, dass sie halt, äh, auf ältere Burschen gestanden haben, ne, die mussten mindestens sechs, sieben Jahre älter sein, ne, und weil das, das sagt ja, dass die halt reifer sind und schon wissen so, ne, was sie wollen und so, ne, und hin und her und die stehen ja nicht mehr auf so kleine Jungs. Das ist halt alles, das hat alles was mit Klischees zu tun. Also, es gibt auch Damen da draußen, die stehen halt auf Kerle, die halt wahrscheinlich noch ein bisschen zocken halt einfach, ne, wie sich das gehört. Es gibt sogar einen Begriff dafür, ich meine, der fällt mir jetzt nicht gerade ein, aber, es gibt einen Begriff dafür, wenn ältere Frauen auf jüngere Typen stehen. Ich hab' auch mal jemanden kennengelernt, da war das so, die Frau war gut an die 50 und die Männer, mit der sie sich eingelassen hatte und wenn das halt nur eine lockere Beziehung war, die waren alle so, 20 bis 25. Die hat sie dann auch immer sehr stolz ihre Umgebung präsentiert. Ich meine, klar, ich meine, das ist natürlich auch, wenn du älter bist und du hast einen jüngeren Partner, ist das natürlich auch so, das schmeichelt ein. Ich spreche und ist aus Erfahrung. Und da das halt bei Frauen halt immer noch ein Bild ist, was für viele umgewohnt ist, dass man halt auch als Frau älter sein kann, wie der Partner und wenn das dann 25 Jahre sind, dann schmeichelt das natürlich umso mehr. Aber jetzt hab ich so einen Faden verloren und weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Es sollte doch heutzutage scheißegal sein, mit wem oder mit was du in die Kiste gehst, solange beide mit einverstanden sind und das ist ein Rahmen von Normen und Werte ist. Dass es auch legal ist, dass beide es fühlen und dass beide einverstanden sind und dass es auch legal bleibt. Und da ist es doch egal, ob ich jetzt halt älter oder jünger bin oder sonst was. Wenn da einer drauf steht und der andere steht darauf, dann passt es doch. Und warum wird das immer akzeptiert, dass der Mann älter sein darf und die Frau jünger, aber alle gucken halt blöd, wenn halt die Frau älter ist und der Mann jünger. Da ist zur Zeit sogar ein Kinofilm, der das thematisiert. Also das ist eine ältere Frau und die leistet sich hin und wieder mal ein Callboy und der ist halt jünger, wesentlich jünger wie sie. Und da wird das thematisiert, halt dieses Alter, dieser Alters Unterschied. Und das ist, ich meine, wie oft höre ich in der letzten Zeit in Social Media, wir leben im Jahr 2022. Muss das heute noch sein? Da ging es noch mal Excuse me, wir haben 2022. Genau, Entschuldigung, wir haben und ja, dass es heute immer noch ein Thema ist. Und ich finde es immer noch so erschreckend, dass halt dieses merkwürdige Bild, wie ein Mann sein muss, immer noch akzeptiert. Ich hatte ja vorhin im Vorgespräch ja erzählt gehabt, ich hatte halt einen alten Tatort gesehen, in diesem Fernsehen-Linear, nicht in der Mediathek, so richtig ausgestrahlt. Was war das? Was war das nochmal? War das nicht dieser alten, dicken Kisten? Genau. Wo du so eine Antenne dran machen musstest und so. Boah, krass. Und da habe ich halt gesehen gehabt, einen alten Tatort, da war so 75, 77 irgendwie rum und das war halt der Essener Tatort und da war ein heute wird man sagen toxisch männlicher Mann und wie der halt so mit der Frauenwelt umgegangen ist. Hallo Puppe und so weiter und diese ganzen Sprüche und die Art und Weise, wie der sich verhalten hat, das war so ich habe mich als Mensch fremd geschämt für dieses Verhalten. Ich habe da ständig immer gesessen, habe ich hinterfragt gehabt, wenn ich das heute machen würde so, ob ich da wirklich Probleme kriegen würde, da würde bestimmt die eine oder andere halt mal sagen, halt stopp, bis hier hin und nicht weiter. Ach ja, ich weiß, was du meinst, das ist halt, früher war, weißt du, wenn ich da ab und zu mal mit meiner Mutter drüber rede, meine Mutter wurde ja auch so eben in den 70ern geboren, und meine Mutter hat gemeint, die Kerle, die haben sich da, weißt du, mit einem Kamm in der Tasche, weißt du, da haben sich die Haare gestylt, so ein Frauengang, ja, Pumade, Pumade in der Haare, so eine Fettschmiere. Weißt du, na, jetzt ist es auch, ja, Pumpe, willst du eine Cola trinken? Ja, klar, warum nicht? Weißt du, da war alles noch, ich meine, ich sage mal so, ähm, es gab da früher bestimmt auch Mädels, die sich da unangenehm gefühlt haben, aber in den meisten Fällen waren es halt dann so, Mädels, die haben die mit den Augen gerollt und dachten so, ach, was für ein Macho, was für ein Idiot, ne, da gab es aber auch Mädels, die gesagt haben, cooler Kerl, cooles Auto, natürlich, ich gehe mit dem mal eine Cola trinken oder so, warum auch nicht? Und ich finde heutzutage, also ich weiß, der, der, der Inhalt des Podcasts ist ja normalerweise ein anderer gewesen, da ging es ja um diese toxische Männlichkeit, die Frauen immer abstempeln als diesen oberflächlichen Nass nicht gesehen, aber es gibt halt auch auf der anderen Seite halt zu viele Leute, die sich halt da Gedanken drum machen, es wird alles auf die Goldwaage gelegt, jedes Kommentar, jedes Kompliment. Das ist die andere Seite, das ist die andere Seite der Medaille, du hast auf der einen Seite die Männer, die da irgendwie alles so halt, ich muss so sein und das muss so sein, das muss so sein und dann hast du die andere Seite, die halt dann, ja, das ist scheiße, das ist, ja, das ist fui, das darf man nicht und so weiter und so fort. Das sind dann halt, ja, wie soll man das umschreiben? Ja, das andere Extrem und darüber hatten wir uns ja auch schon ein paar Mal privat unterhalten, dass er da auch so eine besonders auf Twitch, nicht auf Twitter ist das ja Extrems gewesen mit diesem Social Justice Warrior, dass die sich dann halt auf alles, was anders ist als anders oder nicht so ist, wie man das haben möchte, sich drauf gestürzt wird. Und das sind dann meistenteils so Themen wie toxische Männlichkeit, Manspreading, Fleisch essen, nicht vegan sein. Was hast du sonst noch so für Themen, auf die wir total abfahren? Ach ja, Umweltaktivismus ist natürlich auch immer so ein großes Ding und dass da halt alles so extrem gesehen wird. Also ich habe das Gefühl, dass soziales Internet, Social Media irgendwie stellenweise bei manchen Leuten immer extremer wird. Und vor allem, dass das mehr geworden ist. Du hast vor fünf, sechs Jahren, da gab es das auch schon und das wird heute immer mehr. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Leute in ihren Bubbles halt das Gefühl haben, ey, ich werde gehört. Meine Meinung ist gar nicht so extrem. Meine Meinung ist total, weißt du so, die Leute sagen, das stimmt total. Ja, eben. Die lassen aber auch keine Kritik zu, das ist ja das Problem. Ich merke das ja zum Beispiel mit diesen Bubbles auch, wenn ich jetzt TikTok aufmache und ich sehe da jetzt ein ganzes Video, sagen wir mal, das geht vielleicht 30 Sekunden, wo ein Pickel ausgedrückt wird. Ja. Dann sehe ich zehn andere Videos und dann kommt wieder eins, wo Pickel ausgedrückt wird, der vielleicht noch größer und noch mehr ekliger ist. Und noch mehr Grütze rauskommt. Das gucke ich mir vielleicht die ganzen 15 Sekunden an. Und spätestens da hat der Algorithmus mich. Und dann sehe ich eigentlich fast nur noch irgendwelche Pickel ausgedrückt Videos. Nur zwischendurch mal ein anderes. Und so ist das in allen Netzwerken. Die lernen das, was du magst, was du lange anschaust, das merken die sich und liefern dir dann das, was du sehen möchtest oder die anschaust. Weil die dich ja auf die Plattform halten wollen, damit du die Werbung, die dort ist, konsumierst, damit die ihr Geld verdienen. Das ist ja der Hintergrund der Sache. Und das macht jedes Netzwerk. Egal, ob das Facebook ist, Twitter, Instagram, selbst TikTok, YouTube. Die liefern eigentlich das, was du halt gerne sehen möchtest. Was du konsumierst. Und so schaffst du eine Blase um dich herum mit den Leuten, die alle die gleiche Meinung haben. Deswegen ist ja auch, das Thema hatten wir x-mal schon gehabt, privat und untereinander, wenn wir uns unterhalten haben. Die Leute mit Corona. Die haben nur Leute um sich herum, die die gleiche Meinung haben. Die Corona-Leugner, die Leute, die halt, dann halt Angst vor Corona haben und sich impfen lassen und hast sie nicht gesehen und hast sie hier gesehen. Die leben alle in einer Blase drin und meinen, nur weil sie Leute haben, die die gleiche Meinung haben, dass alle diese Meinung haben. Oder, dass alle diese Meinung haben müssen. Ja, das ist dann natürlich das Extremere. Nur weil ich viele kenne, die die gleiche Meinung haben müssen, müssen alle anderen auch die gleiche Meinung haben. Und, das ist gefährlich. Und, genauso ist das dann halt, um auf das Eingangsthema zurückzukommen, wenn ich einen Haufen Videos sehe, wo mir erklärt wird, wie ich als Mann sein muss, damit halt die arme, schwache Frau auf mich abfährt, dann werde ich das glauben. Weil, wenn ich mir einmal so ein Video lange angeguckt habe, kriege ich immer mehr davon. Und, je mehr ich das anschaue und länger anschaue, umso mehr bekomme ich dann. Und, dann bin ich in dieser Blase gefangen von diesen Leuten, die mir halt eine Männlichkeit erklären, die vielleicht für manche zutrifft, aber nicht für alle. Und, wir sind alles Menschen und wir sind vielfältig. Der eine ist groß, der andere ist klein, der andere hat viele Haare, der andere hat wenig Haare, der eine hat Haare, wo er sie nicht haben will, der andere hätte gerne Haare, wo andere welche haben, aber ich habe keine. Und, wir sind alle unterschiedlich und die Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich bin auch froh, dass das Menschen so unterschiedlich sind, weil es wäre sonst langweilig, wenn jeder gleich aussehen würde und auf den gleichen Typ Mensch stehen würde. Ja, stell dir mal vor, die Welt wäre alles nur voller super gut aussehenden, durchgestylten, bis den kleinsten, perfekten, gebaute Menschen. Das wäre langweilig. Vor allem, wenn wir dann auch alle die gleiche Meinung hätten. Das ist, ja, das wäre, das wäre mein Untergang. Ja. Ja, meiner auch. Also, ich hätte da gar keinen Spaß dran. Da kannst du auch keinen Spaß dran haben. Ich meine, man könnte jetzt noch ewig weiterreden über das Thema toxische Männlichkeit. Es gibt ja auch toxische Weiblichkeit, ganz klare Sache. Das ist ja das, was mich so stört halt im Internet. Es gibt halt immer diese Extremen. Es gibt halt zu jedem Thema, ähm, gibt es sehr, sehr coole Unterhaltungen und sehr, sehr coole Diskussionen. Aber sobald das dann alles wieder abdriftet in dieses Extreme, dann macht das einfach keinen Spaß mehr, weil da geht es halt gar nicht mehr um andere Meinungen und um coole Diskussionen. Da geht es einfach nur darum, ja, nee, ich habe recht, du hast Unrecht, du bist scheiße, du bist falsch, du hast eine komische Meinung und du wirst jetzt dafür fertig gemacht. Irgendwann geht es halt genau darum. Wie kannte, wie konntest du eine andere Meinung haben wie ich? How were you? Ja, eben. Ähm, ja. Das ist Internet. Jeder kann da halt hingehen und seine Rotz raus, ähm, ejakulieren. Und, ähm, man findet immer irgendjemand, der der gleichen Meinung ist und das feiert. ich glaube, um nochmal kurz auf das Thema Komplimente einzugehen, ähm, ich glaube, wir sollten uns alle hinterfragen, ab wann eine Sache zu direkt oder zu persönlich wird und man sollte sich fragen, würde ich mit diesem Kompliment jetzt klarkommen, oder würde ich den auch etwas unangenehm finden, den Kommentar in dem Fall, ne, äh, von irgendwem, egal, ob es jetzt im WeLife ist oder im Internet. Also wenn du jemand bist, der normal sozialisiert ist, um das jetzt mal irgendwie so, dass es ein bisschen fachlicher klingt, der halt normale, ähm, Moral und Wertvorstellung hat, also die, die meisten Menschen haben, dann solltest du dich fragen, wenn ich jetzt dieses Kompliment bekommen würde, was ich jetzt gerne sagen möchte, käme ich damit klar, das ist ja deine Aussage, die du gerade hattest. Das ist ein ziemlich guter Ansatz, das ist ja so quasi, tu jemand nicht anderes, was du selber nicht, ähm, das man dir tut. im Umkehrschluss, ähm, wenn mir jemand hingehen würde und würde sagen, ich habe, äh, schöne, ich habe ein schönes Lächeln, ja, das ist in Ordnung. Ich habe schöne Augen, ja, das ist in Ordnung. Aber wenn mir einer sagt, ich habe einen schönen, ähm, Popo, dann ist das schon ein bisschen angriffiger. Wenn mir einer sagt, dass ich halt, äh, schöne, wie haben wir das vorhin genannt, sekundäre Geschlechtsmerkmale habe als Frau, das ist natürlich etwas, ähm, ja, das geht nicht, das ist halt, ähm, allgemein, ähm, anbekannt, dass, dass man sowas nicht sagt. Ähm, das würde ich ja auch als Frau oder auch als Mann nicht gerne hören würden. Ich habe, ich habe, ich bin übergewichtig und habe mehr Bubis, äh, wie, ähm, viele Frauen, die ich kenne. Ich habe eine größere Oberweite, ist so. Und, ähm, da finde ich das auch komisch, wenn mir einer dann sagt, dachte, oh, du hast aber schöne, ähm, Oberweite, du hast eine schöne Oberweite. Ähm, ja. Ich kenne Frauen, die wirklich eine sehr große Oberweite haben und da gibt es Männer, die meinen wirklich, das wäre ein Kompliment, wenn sie ihnen schreiben, dass sie eine große Oberweite haben. Das Problem ist nur, das hören die andauernd. und dann ist das, dann ist das für die kein Kompliment mehr, sondern sie werden nur auf diese Oberweite reduziert. Das kann noch so ein toller Mensch sein, noch so eine tolle, nette Persönlichkeit. Sie wird im ersten Moment erst mal nur auf ihre große Oberweite reduziert. Und das ist, ähm, scheiße. Und dann sind wir an dem Punkt, den du gerade sagtest, möchte ich so ein Kompliment in dem Fall dann bekommen? Und dann ist die klare Antwort, nein. Also sollte man sich auch vorher manchmal überlegen, was man für Komplimente macht. Und wenn du der Meinung bist, dass jemand schöne Zähne hat, dann ist das so. Das ist jetzt, das wäre es genauso. Ich finde das jetzt ein bisschen weird, wenn da jemand so ein Kompliment macht. Das wäre genauso wie schon. Du hast aber schöne Nasenlöcher. Wirklich? Also ich sage mal so, ich achte bei Frauen schon auf die Zähne. Also jetzt nicht, wenn die schiefe Zähne, dass das hässlich ist, ist das jetzt nicht. Ich sage mal so, das kann man wirklich als weird bezeichnen. Ich habe mal, das war vor ein paar Jahren, da habe ich mal irgendwo in einem Livestream, den ich auf YouTube hatte, habe ich mal gemeint, so die perfekte Frau für mich vom Aussehen her. Also Piercings, wahrscheinlich bunte Haare, total abgedreht im Kopf, also total chaotisch so. Weißt du, am besten noch so ein paar Tattoos und schöne Eckzähne. Das war so meine Aussage. Und du kennst bestimmt auch so diesen Meme, der über Monte entstanden ist, von wegen, ja, eine Frau hat schöne, also wenn eine Frau schöne Achseln hat, dann ist sie interessant und irgendwie sowas. Und das finde ich jetzt schon wieder so ein bisschen komisch. Aber es gibt ja auch Leute, die stehen auf Füße und so eine Sachen halt. Es gibt halt für jeden, für jeden Bereich so seine Vorlieben. Und wie du auch vorhin gesagt hast, Vorlieben heißt, wäre schön, wenn, aber ist jetzt kein Muss. und das ist halt so meine Meinung. Also Piercings und Tattoos und Buntare sind schön, aber ist kein Muss. Aber weil du das halt als bei einer Frau besonders attraktiv findest, fällt dir das halt besonders auf. Und dann gehst du hin und hast ein Kompliment. Das heißt natürlich bei dem Gegenüber da manchmal ein bisschen, was ist das für ein komischer Typ, rüberkommt. Klar, aber siehst du, da haben wir den Punkt, wo wir das jetzt uns erklärt haben, warum das dann halt merkwürdig rüberkommt. Was war denn das merkwürdige Kompliment, den ich je bekommen habe? Siehst du, ich habe so wenig Komplimente in mein Leben gekriegt, das könnte ich jetzt vielleicht an zwei Hände abzählen. Ne, da fällt mir nichts ein, was bei dem das der merkwürdigste Kompliment war. Kannst du das so sagen, was bei dir das merkwürdigste Kompliment war? Ich hatte mal, das ist aber auch schon sehr, sehr viele Jahre her, da habe ich mal, da hatte ich mal einen Zuschauer auf meinem Musikkanal und da gab es ein Musikvideo, wo ich im Video halt, wo man mich von hinten so sieht, also so meinen Oberkörper und den Kopf halt und ich laufe halt da in den Park irgendwo hinten. Und das war halt in dem Musikvideo drin und da gab es einen Zuschauer, mit dem habe ich bei Twitter damals, glaube ich, so zwei, drei Nachrichten noch näher geschickt. Der hat sich auch geoutet, dass er homosexuell ist und wie gesagt, für mich ist ja sowas ja gar kein Problem. Ich sehe ja in erster Linie dann die Person dahinter, die meinen Content cool findet. Ist ja auch egal, ob die Person auf Frauen steht, auf Männer steht oder auf niemanden steht. Das haben wir halt nicht lange thematisiert, weil die Person hat es einfach so von vornherein gesagt. Wie kam das zustande? Er hat geschrieben, bist ein hübscher Kerl und ich so, oh, Dankeschön. Und habe halt dann gefragt, wie alt bist du denn? Und dann hat er halt gemeint, ja, ich muss das so sein, ich bin aber auch ein Kerl, ich stehe auf Männer. Und ich so, ja, ist ja nicht schlimm, ist ja voll in Ordnung. Und den Kommentar, den er mir da gelassen hat, war, hat er mal privat gesagt, der hat mir so ein Screenshot geschickt von dem Musikvideo. Ich habe halt geschrieben, ach ja, der Song, der war da und da, habe ich ihn aufgenommen in dem Park. Und da war ja was, er hat gemeint, ja, du hast einen schönen Hinterkopf. Da dachte ich auch so, was? Was für den Hinterkopf? Alter, willst du mich jetzt rollen oder so? Weißt du, ich meine, du willst mich verarschen. Da dachte ich auch so, was? Und dann war da ein Lachsmilies geschickt und habe halt gemeint, äh, okay. Das fand ich zum Beispiel so einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, gut, wenn du das so empfindest, okay. Habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nie gehört. Doch, jetzt fällt mir das ein. Das war, das ist schon wie die graue Steinzeit, Kartoffelkrieg. Wir waren Schulschwimmen und da war eine Mitschülerin, die meinte dann irgendwann mal zu mir, dass ich einen schönen kleinen C hätte. Das war schon, auf was Leute achten, ne? Ja. Niemand ist, also es ist wenigen Leuten aufgefallen, dass ich keine richtigen Ohrläppchen habe, sondern dass meine Ohrläppchen so direkt angewachsen sind, so wie, ja, so Alien-Ohren, so, ne? Aber, dass sich jemand mal mit meinem kleinen C beschäftigt, ja, da hätte ich auch nicht mehr. Es gibt schon außergewöhnliche Komplimente, aber ich meine, wenn die Leute das in dem Moment so fühlen und wenn die auch niemanden angreifen damit, dann bitteschön. Ja, aber wie gesagt, also ich bin mir sicher, dass das halt daran liegt, dass wir halt selten ein Kompliment bekommen und dann ist das was Besonderes oder auch besonders auffallend, wenn das so nett ist. Aber wenn du tatsächlich jemand bist, der ständig und alle drei Tage und immer wieder irgendwelche Komplimente bekommst, dann ist das bestimmt ätzend. Also, ich sehe es ja nur halt bei meiner Freundin, wenn sie am Stream ist, wie oft da reinkommt, deine Haare sind toll, deine Augen sind toll und was relativ auch oft ist, du bist ja voll sympathisch und so und das glaubst du irgendwann mal nicht. Ich hatte mich da mit meiner Freundin darüber unterhalten und das prasselt irgendwann mal auf einen ein und dann pält das einfach ab, weil das ist so eine Masse und ja, wir halt sind ja, es sei denn, du bist ein absolutes von Mensch, der von sich überzeugt ist, dass halt er ein Gottesgeschenk an der Menschheit ist, wir sind ja sonst die meisten Menschen, viele Menschen, die ich kenne, sind ja auch ein bisschen immer sich selbst am Zweifeln und immer ein bisschen unsicher. Manche kaschieren das halt durch übertriebene Selbstsicherheit, die sie dann vorspielen, aber viele hinterfragen vieles und ja, das kriege ich halt so in Gesprächen halt immer mal wieder so mit, dass das halt sehr oft der Fall ist und die Leute fangen dann auch an, sich zu fragen an, okay, ist da was dran oder so oder will der was von mir, wenn du dann ständig solche Komplimente kriegst. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, wenn das ein gewisses Maß übersteigt, dass das einfach nervig wird und dass du einfach nur froh bist, wenn da jemand hingeht und einfach mal ganz cool und relaxed sagt, hi, wie war dein Tag? Anstatt so, ja, du hast aber ein hübsches Lächeln und deine Augen und so, deine Lache, das ist ja voll süß. Ja, du bist perfekt, du bist so toll, weißt du so, hier hast du nochmal so eine Spende von 50 oder so, weißt du so, es ist halt, man kennt sowas halt, es ist halt schon klar, dass das irgendwann abfuckt. Weißt du, von diesen ganzen Fitness, Fitness sag ich, Flirting-Coaches da, die da bei TikTok immer ihr Unwesen treiben, ich meine, ich verfolge so einen Content sehr, sehr selten und wenn dann nur zur Unterhaltung. Das Einzige, wo ich diesen Leuten abnehme, ist, wenn die sagen, ja, dass je mehr sowas vorkommt, dass die Frauen halt so ein bisschen so gelassener und arrogant eher auf Kommentare reagieren, ähm, das Einzige, was ich da nachempfinden kann, wenn die sagen, ja, das wird halt immer weniger, die Komplimente so, weil es gibt so oft Frauen jetzt im Internet, die ich jetzt sehe auf, keine Ahnung, TikTok, Instagram, YouTube, Twitch und so, wo ich jetzt sage, boah, was eine schöne Frau, was für eine tolle Ausstrahlung und ich schreibe es halt aber nicht, ich lasse das, ich behalte es für mich so, weißt du, und ich finde, ich finde es auch okay so, ich muss jetzt nicht meinen Kommentar raus in die Welt posauen, ich denke mir das und das ist gut für mich. Ja, aber, sagen wir doch mal ehrlich, das ist jetzt Internet, aber wenn du jetzt auf der Straße lang gehst und da läuft wirklich jemand vorbei, das ist dein Beutelschema, ja, optisch, weil mehr kannst du ja nicht erfassen, aber das ist dein Beutelschema, das ist so das, wo du sagst, wow, ja, dann gehst du ja auch nicht hin und machst dann, ja, ich, Mann, du Frau, das machst du ja nicht, du gehst hin, genießt, kuss den Anblick und gehst weiter. Ich versuche auch gar nicht in der Öffentlichkeit so zu gaffen tatsächlich und wenn, dann mache ich das so, äh, unscheinbar, sage ich jetzt mal und ich erwische mich, du musst dir vorstellen, ich bin halt ein Mensch so, wenn ich eine Frau, äh, also wenn ich einer Frau ein Kompliment gebe, also jetzt nicht direkt, sondern wenn ich so für mich so denke, boah, das ist eine hübsche Frau, ähm, ich bin ehrlich so, ich bin eher ein Fan davon zu sagen, boah, das ist aber eine süße Frau oder süßes Lächeln, wie du schon gesagt hast, oder eine hübsche Frau, schöne Haare oder was weiß ich, ich erwische mich tatsächlich selbst in meinen dunkelsten Gedanken, selten dabei, dass ich dann mal sowas sage wie, boah, also, die hat aber echt krasse Titten, holy shit, also ich, ich mache sowas so gut wie nie, nicht mal in meinen dunkelsten Momenten, wenn ich jetzt, also kann man ja offen drüber reden, keine Ahnung, äh, wenn man jetzt beispielsweise so ein Porno guckt oder so, ne, ich erwische mich wirklich, also no joke, so gut wie nie, dass ich mal sage, boah, die hat aber einen echt geilen, heißen Körper, ich, ich, ich denke halt immer so, das gehört, das gehört jetzt hier nicht her, nicht mal bei einem Porno oder sowas, ne, ich sag halt dann meist nur so, oder denken halt so, die ist aber auch hübsch, so hat ja auch, ne, so, so niedliche, eine niedliche Ausstrahlung oder so, weißt du? Also wenn ich jetzt mal halt so, ähm, in der Situation bin und ich schaue mir auch mal so ein Content an, ja, dann, ähm, denke ich mir jetzt, natürlich nur zu Recherchezwecken, das ist das Ganze, richtig, muss man auch dazu sagen, für, ähm, für mein, äh, ja, jetzt sagst du nochmal das Studienfach, äh, Soziologie, Studium, ähm, ähm, ja, äh, scheiße mich raus, auf jeden Fall, wenn ich halt dieses, ähm, konsumiere, dann denke ich mir auch nicht so, ne, ähm, in, Kraft ausdrücken oder auch in, ähm, wie sagt man das mal, in, äh, farbige Metaphern, ähm, was für ein attraktiver Mensch das ist, oder was er für tolle, äh, Geschlechtsteile derjenige hat, äh, sondern, denke ich auch so, das ist hübsch, das ist, ähm, attraktiv, vielleicht kann man sogar das Wort geil verwenden, weil, äh, ne, weil das halt antörnt, was man sieht, ähm, aber dass man, nee, so, so denke ich nicht, nein. Ich bin so, ich bin so, ich bin so, viele verstehen das, ja, ich bin auch gerade richtig so, ne, so, ich gehe so die letzte Situation quasi durch, so da, und, nee, das ist nicht so, also, mich erregt das zwar, aber das ist nicht, dass ich dann irgendwie auf primitive Art und Weise das halt kommunizieren müsste, aber das denke ich noch nicht einmal so, wie du gerade sagtest. Ja, eben, du denkst es dir noch nicht mal. Naja, und das wäre auch etwas, wo ich mich echt unwohl fühlen würde, wenn ich dazu, ähm, das zu sagen, ich meine, ähm, wenn man Dirty Talk betreibt, ähm, ist das ja auch so, es gibt diesen Moment, wo es lächerlich wird, weil das so ungewohnt ist, dass man so, so miteinander spricht, vorhat man eine Kommunikation irgendwie auf Augenhöhe, oder, äh, man sagt da vielleicht seiner Freundin mal, oder seiner Partnerin, dass er einen tollen Hintern hat, oder, äh, so, ne, sowas, ne, aber wenn du dann halt diese ganzen Fachkraftausdrücke verwendest, ähm, beim Dirty Talk, das kann schon manchmal echt komisch, das kann sich echt komisch anfühlen, und, ähm, ich weiß nicht, wie ich, wenn ich so in freier Wildbahn so rumlaufen würde, und das wirklich dann noch alles so kommunizieren würde, so, äh, ob ich dabei ernst bleiben könnte, ich weiß nicht. Ich bin ja sowieso kein Freund von diesem ganzen, boah, ne, dass ich da sexuell gesehnte Frau auf ihren Hintern, oder, auf ihre Oberweite jetzt reduziere, du sagst ja gerade, finde halt andere Sachen attraktiv, ne, wie jetzt so eine, so eine, eine außergewöhnliche Stimme zum Beispiel, oder, so Sachen halt, finde ich halt schon attraktiv, oder das Lächeln zum Beispiel, finde ich attraktiv. Ja, genau, oder auch, was sie im Köpfchen haben, Intellekt, eloquent sein. Ich muss dir was erzählen, pass auf, muss ich dir was erzählen, das habe ich letztens meiner besten Freundin auch erzählt, und ich fühle das, ich habe das damals gefühlt, und ich fühle es noch heute, pass auf, ich war mal mit einer Frau zusammen, und, ähm, ging nicht lang, drei Monate maximal, und wir haben nicht so zusammengepasst, auch wenn, wenn sie ein sehr, sehr cooler, sympathischer Mensch war, wir waren dann eine Zeit lang noch befreundet, so, aber mit der Beziehung hat es nicht so geklappt, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, und die hat für ihr Leben gern gezockt, und du musst dir vorstellen, für viele, die es jetzt so nicht wissen, auf der Konsole kannst du ja Trophäen machen, also Erfolge sind das, du machst das, keine Ahnung, äh, in einem, in einem Shooter-Game, ja, töte zehn Gegner, da bekommst du einen Erfolg als Beispiel dafür, gibt's ja auch am PC und Xbox und alles, und, ich bin so jemand, ich, ich zocke für mein Leben gerne, und es gibt manchmal Spiele, die finde ich so toll, dass ich mir denke, okay, da will ich alle Erfolge halt haben, es sind nur digitale Erfolge, die bringen dir im Leben nix natürlich, aber das kann sich zu einem Hobby entwickeln, so, nur, dass man trotzdem mal den Sinn versteht, und diese besagte Freundin musst du dir vorstellen, da gab's, ähm, ein Spiel, kennst du wahrscheinlich auch, Resident Evil, das ganze Showroom und so, und, ähm, ich hab da ein Game gezockt, äh, und, und hab da nicht viele Erfolge gehabt, und sie war damals bei mir, und sie hat zu mir gemeint, naja, sie hat das Spiel schon komplett durchgespielt, hat da alle Erfolge, und in so und so viel Stunden und so, ne, und ich hab halt dann wirklich wortwörtlich zu ihr gemeint, das ist so krass sexy und attraktiv, weil ich dieses Nerdige an Frauen so unnormal attraktiv finde, ne, und ich, ich steh dazu, ich hab das, ich fühl das heute noch immer, oder, oder wenn eine, wenn eine Frau, sag ich jetzt mal, sämtliche Synchronsprecher auswendig weiß, ne, von wo die mitgespielt haben und so, ich find das unnormal sexy halt einfach, das ist, weißt du, wie ich mein? Ja, das sind halt, ähm, andere Werte, die du halt hast, ähm, und viele sagen zu mir, ja, wie kann man nur so ein Creep sein, das ist doch total komisch, ey, weißt du? Pass auf, ich, ich hab ja lange Zeit in der Altenpflege gearbeitet, und, ähm, da sagte mal ein alter Mann zu mir, es ist wichtig, dass man sich eine Frau sucht, mit der man sich unterhalten kann, ja, es ist gar nicht immer so gut, dass die gut kochen kann, weil zur Not kannst du selber besser kochen, ja, ähm, es ist wichtig, dass man sich mit ihr unterhalten kann, weil, wenn du 50 Jahre mit der Frau zusammen bist, und die könnt ihr euch nicht miteinander unterhalten, dann sind das verdammt lange und einsame 50 Jahre, und da hat der Mann recht mit, du musst halt jemanden suchen, der halt alles, alles, was du halt, ähm, was sich stimulieren lässt, an dir stimuliert, und wenn es halt, ähm, die nerdige Art und Weise ist, und du das feierst, ist es okay, ich mag Frauen, die halt intelligent sind, und was in Köpfchen haben, finde ich sexy, ich mag Frauen, und ich frag mag Frauen, die witzig sind, das macht sie sexy, ähm, ich, auf andere Sachen achte ich halt weniger, und, ähm, na, ich mein, klar, das Gesamtbild muss stimmen, aber wenn dann diese Sachen sind, das ist natürlich so, Bonus, Pluspunkt oben drauf, und das ist, äh, wow, mir fällt nur eins, zu der einen Sache, die du sagtest, so, kannst du dich noch an dieses Video von Montana Black erinnern, wo er da in Urlaub war, und dann so entlang ging, und da hörte man ihn eigentlich nur so, oh, wow, yeah, geil, oh, und da hab ich mich, ich hab mich so fremd geschämt, als Mann, ich hätte, ich, ich wollte mich verstecken, so, ich hab mich so, das war, etwas, was da gezeigt wurde, das, was ich nicht sein möchte, jemand, der quasi nur grunzend, ähm, durch die, durch die Gegend läuft, weil er so viel, ähm, nackte Hau sieht, ähm, dass nichts anderes mehr funktioniert, weil das Blut einfach in einer Gegend ist, wo sie halt, wo sie in dem Moment besser hätte, nicht sein sollen. Ich kenn einen guten Vergleich, das wirst du auch fühlen, also das wirst du so sehen wie ich, denk ich mir, ähm, kennst du das so, wenn du beim Metzger bist, an der, an der Fleichtheke, und du guckst dir so das Fleisch an, wo so richtig geil dargestellt wird, und sagst so, boah, geil, das sieht aber lecker aus, weißt du, du reduzierst die, die Frau, weißt du, was auch noch ein ganz normaler Mensch ist, wie du auch, reduzierst du halt wie so, weiß nicht, auf so ein Stück Fleisch, weißt du so, was sich einfach noch da bietet, weißt du so, scheiß mal auf die Werte, inneren Wert auf den Charakter, Hauptsache das sieht geil aus, und boah, guck mal, ich fand's auch schon unangenehm, natürlich, klar. Also wie ich das Video gesehen habe, ähm, ich bin erst relativ spät drauf aufmerksam geworden, nachdem alle anderen drauf reagiert hatten, bin ich durch den Reaction-Video halt da drauf gekommen, und, ähm, äh, ich meine, der hat ja auch seine, seine, ähm, Antwort darauf bekommen, also das war ja doch eine Riesenwelle an, Menschen, die das nicht verstanden haben, und das auch nicht für gut geheißen haben, was er da gemacht habe. Drei Tage Bann, ne? Ja, Drei Tage Bann auf Twitch gekriegt. Und er hat auf Twitch ein Drei-Tage-Bann gekriegt, ähm, was ich eigentlich viel zu wenig fand, und, ähm, dann auch so, die Leute haben das ja nicht gefeiert, dass er da halt, äh, auf primitivste Art und Weise grünscht durch die, durch die Stadt von, ich meine, wo war der denn nochmal? Wo ist Unge? Ich kann's ja nicht sagen. Ach, Unge ist doch auf irgendeiner, auf irgendeiner, Und Unge ist auf Madeira, war der auf Madeira? Entweder war er. Nee, oder? Entweder war er auf Madeira, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich weiß irgendwas mit M, glaube ich, ich bin mir aber unsicher. Irgendeine Insel, wo es warm ist, mit M. Und, ähm. Also, ich glaube, Stadt, Land, Fluss können wir nicht zusammenspielen, da hätten wir versagt. Ich bin, was Namen angeht, ganz beschissen, ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Man muss aber auch dazu sagen, zu dieser Monte-Thematik, ich habe mal Monte eine Zeit lang verfolgt, also jetzt nicht so seine Gaming-Sachen, eher so diese kleineren Talks, sage ich jetzt mal, und es gibt halt sehr, sehr viele Fehler, die er natürlich macht, das wissen wir alle. Ich muss aber dazu sagen, ähm, man hat jetzt in den letzten Jahren, seitdem dieser Vorfall war, also, es ist niemandem so aufgefallen, dass da jeweils wieder sowas in der Art vorkam. Richtig, genau. Ich glaube, der hat das schon von gelernt, und der hat, ne, also, der versucht schon, die Werte so zu vermitteln, dass man sagt, okay, gut, man sollte Frauen auch vernünftig behandeln. Ich meine, wenn ich jetzt mal hingehe und halt mein primitives Steinzeit-Ich rauslasse, der hat halt das in der Kamera gemacht gehabt, was man selber, wenn man durch die Straße manchmal geht, einfach mal, sich auch manchmal denkt. Also, ich kann mich noch daran erinnern, da war ich so, da war ich 16, da habe ich ein Jahr lang Austauschschüler in England gemacht. Und, da kam ich dann auch mein Vater mit einem guten Bekannten besuchen, und wir waren in Rumsgate am Hafen. Und da ist der Strand in der Nähe und schicke Meile, wo halt schöne Geschäfte sind, und da liefen viele junge Mädchen halt sehr leicht bekleidet durch die Gegend. und da ist mir das erste Mal so aufgefallen, wie merkwürdig Männer sein können, was Frauen angeht, weil der Bekannte von meinem Vater fing dann auch an, ja, hier muss man sich ja erstmal einen Personalausweis zeigen lassen, bevor man hier Mädel anspricht. Weil selbst die jungen Mädchen in England, die waren so damals und damals aufgedonnert, die hätte es dann locker für 21 nehmen können, außer wenn sie den Mund aufgemacht haben, dann hast du es gehört. Ja, das ist irgendwie normal irgendwie, aber es fühlt sich irgendwie falsch an. Also das ist auch nicht das, was meine Eltern mir beigebracht haben. Ich weiß noch, da waren wir auch irgendwo in Urlaub gewesen, wie ich das erste Mal bewusst mitgekriegt habe, wie ein Typ eine Kellnerin am Arsch gepackt hat. Und das war so komisch und so übergriffig für mich, dass ich da, ich weiß noch, da muss ich so 14 gewesen sein oder vielleicht noch jünger, dass ich da gesessen habe und mit meiner Mutter und meinem Vater darüber reden musste, dass der Typ der Frau einfach im Arsch gepackt hat und sie hat dann einfach die Hand von ihnen weggetan, also die Kellnerin. Und der Typ saß neben seiner Frau da, also seine Ehefrau war da und der packt einfach der Kellnerin am Arsch. Und du merkst, dass ich heute noch total irritiert bin über diese Situation. Und ich weiß von vielen Gesprächen, dass das total oft vorkommt. Und Jahre später war ich mal mit meinem besten Freund in der Schwulendisco, haben da richtig Party gemacht und das war einer der besten Abende überhaupt. Und da hat mir auch mal einer am Arsch gepackt. Da hat mir ein Typ am Arsch gepackt. Und ich weiß noch, das fühlte sich echt komisch an. Vor allen Dingen, nachdem er mich fragte, ob mir das gefallen hat. Und ich nie sagte, nee. Habe ich mich so gefragt, wie ist das denn eigentlich so als Frau, wenn ich da einfach hingehe, ich kenne sie nicht und packe da einfach am Arsch. Und ich glaube, wenn man solche Sachen manchmal selber erlebt hat, das ist zwar nicht das Gleiche, aber es fühlt sich einfach nicht richtig und total falsch an, kann man vielleicht doch ein bisschen besser verstehen, wie sich das als Frau anfühlt, wenn da Männer, und das finde ich schon übergriffig, entweder ihr ein Bild von ihrer Aubergine schicken, Dickpick, oder umgefragt irgendwo hinpacken. Und das muss auch... Ja, doch sowieso. Diese körperlichen Übergriffe sind ja mitunter sogar am schlimmsten. Ich meine, weißt du, ich bin jetzt nicht Brüder oder sowas. Wenn sich zwei Leute gut verstehen und die entscheiden sich irgendwann online dazu, okay, man kann ja Bilder austauschen oder was auch immer, und beide sind damit einverstanden und fühlen das ja auch, dann ist das okay, dann bin ich da auch gar nicht dagegen. Ich meine, jeder so wie er möchte, das sind alles erwachsene Menschen so und fertig so. Aber wenn man das halt einfach ungefragt macht und das öfter und die Leute dann noch, weißt du, so als, wie sagt man das so als Zahnenhäufchen, weißt du so, du schickst der Frau zwei, drei Bilder von deinem Geschlechtsteil und sagst halt, boah, du bist so geil und ich würde dich auch gerne mal rannehmen und schreib doch mal zurück. Und am Ende des Tages, weißt du so, wie gesagt, als Zahnenhäufchen schreibst du noch, ah, ich will dich sowieso nicht, weil du bist ja sowieso eine Schlampe. Weißt du, das sind dann, ich meine, wie krass, minderbemittelt kann man als Mann in dem Fall sein, dass man zuerst sein Geschlechtsteil schickt und dann halt einfach total sauer ist, weil nichts zurückkommt und die Frau noch als Schlampe betitelt wird. Ja, du bist ja sowieso nicht mein Fall, bist ja eine Schlampe. Das ist ja sowas, das ist besser, das sind Leute, die sagen, ja, ich bin ja ein Alpha, weil ich habe ja, eigentlich habe ich ja gut Kontakt mit Frauen. Also, ich würde mich da ein Spiel angucken als diejenigen und ich würde mir denken, ich bin so ein Vollidiot. Ich würde es da gar nicht glauben, so nicht. Ich würde mich da schämen in Grund und Boden. Meine Freundin hat mal ein Bild zugeschickt bekommen von einem Typen, mit dem sie gezockt hat. also irgendwie Konsole gezockt hat. Dieses Bild, wie umschreibe ich das denn am besten? Es war halt ein Dickpick und die Dimension war so gewesen, dass es eine, ja, so eine, so groß wie so eine Rockstar-Dose in der Höhe und im Umfang. Okay, siehste, du schmunzelst auch. Die Reaktion meiner Freundin war gewesen, Schatz, guck mal, ich habe mir nur gedacht gehabt, ui, das ist viel. Meine Freundin hat mir nur gesagt gehabt, das ist mir zu viel. Das macht Aua. Das ist weder von der Länge noch von der Breite toll. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, das mit dem Zusammenspielen hatte sich danach dann auch relativ schnell erledigt, weil ihre Reaktion darauf jetzt nicht so war, wie erhofft war. Also da kam jetzt nicht so, ui, toll, das ist, hier ist meine Telefonnummer, Adresse, komm vorbei. Let's go. Ja, los geht's. Sondern war eher so gewesen, das war jetzt nicht so okay, das hat jetzt nicht so Not und ja, da hatte man sich relativ schnell verdrückt gehabt. Die Frage ist nur immer, wie kommt man auf die Idee, bevor man ein Foto vom Gesicht oder so weiter hat, ein Bild von seinem Schnippie zu schicken. Das ist ja sowieso immer krass, ne? Die Frage ist doch, was ich mir immer stelle, ist, ist das das Einzige, was an einem Mann interessant ist? Außer halt sein primäres Geschlechtsorgan. Ich meine, ich bin, das war ja auch schon immer gewesen, was mich bei dieser Gillette-Werbung gestört hat, für das Beste im Mann. Ist der Bart das Beste im Mann? Das Beste am Mann? Nein. Ne, sondern das sind halt viele Qualitäten, die halt da sind und warum muss ich dann unbedingt mein Prachtstück da irgendwie verschicken und was erhoffe ich damit? Und ich glaube, die einfachste Lösung ist, glaube ich, das hat hier irgendwer so eine Verhaltensforscherin mal gut auf den Punkt gebracht gehabt. Jungs, die geboren werden, haben relativ schnell herausgefunden, dass sie da unten einen Zipfel haben und wenn man den Zipfel anpackt, dass es lustig ist. Das ist jetzt bei Mädchen nicht ganz so einfach. Für Männer ist es normal, dass es diesen Zipfel da gibt und dass es schön ist, wenn man ihn anfasst und präsentiert so bei sich so, weil das bereitet viel Freude. Das ist bei Mädchen nicht so. Das ist alles ein bisschen versteckter, ein bisschen verdeckter und deswegen haben Jungs weniger Problem damit halt mit ihren Schnippi zu hantieren, auch auf Fotos und den zu verbreiten. Ich habe das nie verstanden, weil ich käme jetzt nicht auf die Idee, meinen Schnippi jetzt in der Weltgeschichte rumzureichen. Ich sag mal so, ich bin für so ein Thema halt offen, wie gesagt, wenn beide halt sagen, ja, das ist okay. das ist ja was anderes, wenn ich halt hingehe und mir halt Sexting mache, weil ich in eine Fernbeziehung bin oder meine Partnerin gerade nicht da oder sonst was, ist das ja voll in Ordnung, wenn man sich dann halt mal heiß Fotos hin und her schickt. Ja, voll in Ordnung, aber umgefragt, das Erste. Das ist halt einfach so, das geht halt voll nicht. Hast du schon mal umgefragt Fotos gekriegt von Brüste, vom Popo oder so? Ja. Ja, ich auch. Schön ist das nicht, weil du bist da gerade am Zocken halt, weißt du, denkst du, ja, was damit, weißt du? Schön ist das nicht, weil, also ich sag mal so, die Frau, die mir das geschickt hat, also, also die war jetzt nicht hässlich, so sagen wir es mal so, aber es war schon ein komischer Moment, weil man kennt sowas ja nicht und man denkt sich dann auch so, okay, was willst du jetzt, so, was ist denn dein Ding? genau. Was willst du damit bewirken? Das ist der Punkt, auf den ich meinte, dass ich reingehen wollte. Du warst jetzt am Zocken gewesen, da kommt sowas, du guckst es dir an und denkst, was ist jetzt los? Und du bist voll aus dem Konzept raus. Also ich bin dir ehrlich, ich bin, wie gesagt, kein Brüder Mann und so, aber ich hab mich jetzt nicht hingesetzt, oh, ungefragt Knackbilder, geil, darauf wedel ich mir jetzt ein, auf jeden Fall. Ich hab mal gedacht, hä, was willst du denn jetzt von mir? Ja. Vor allem, man war halt so schon vorher so ein bisschen befreudet, war alles cool. Man kam halt einfach so, total aus dem, aus dem Nichts halt einfach so, ne, und ich denk mir so, was willst du jetzt von mir, so, weißt du? Aber das ist ja, als Mann bekommt man das halt eher selten. Ich hab das ja auch mal bekommen. Ganz selten. Ich meine, da war ich noch wesentlich jünger, das ist jetzt schon, das darfst du ja keinen sagen, das ist fast 20 Jahre her, dass ich das gekriegt habe. Wow, dass man damals schon Fotos digital verschicken konnte, toll. Ich lebe in einer echt fantastischen Zeit. Heute, heute geht nix, unter 4K, Paulus auf dem fetten Flachbildchen. Unter 55 Zoll ist das ja auch kein Flachbildschirm. Ah, ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Ja, ja, klar. So. Ja, und selbst jetzt in diesem Gespräch oder so weiter, merkt man doch einfach, dass halt manche Sachen halt normal sind oder gesellschaftlich akzeptiert und andere Sachen weniger. Und jetzt versuche ich mal wieder, auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Also Ausgangssituation, Ausgangsgespräch, Ausgang des Gesprächs mit der toxischen Männlichkeit. Gibt es auch eine toxische Weiblichkeit? Ich denke schon, es gibt überall toxische Verhaltensmuster, ne? So, das Pardon, so ein Sigma-Weibchen, Alpha- und Beta-Weibchen. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass es das gibt. Was beschreiben wir ja als toxische Männlichkeit? Dieses typische Alpha-Gabung, wenn Jakob, ich bin der Krasseste, der Coolste und wenn jemand meine Freundin anguckt, gucke ich böse zurück und so Geschichten. Also dieses typische Alpha-Möchtegern, was weiß ich was verhalten und ich weiß gar nicht, gibt es sowas bei der Frau, so eine toxische Weiblichkeit? Ne, die ist dann auf einer Art. Ich kann dies dann besser putzen als deine Freundin. Keine Ahnung. Das hat jetzt auch wieder so ein Vorurteil, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist auf einer anderen Ebene, weil Frauen vielleicht andere Werte haben und andere Sachen wichtiger sind. Männer sind doch auch schon sehr visuell geprägt und ich spreche aus Erfahrung, weil ich bin ein Mann irgendwie und Frauen legen ja auf andere Sachen viel mehr Wert. Also alle Frauen, mit denen ich bis jetzt zusammen war, haben halt auf andere Sachen Wert gelegt wie die meisten Männer, die ich halt kenne. Ich bin halt nach wie vor bei jedem Thema immer der Meinung, wenn etwas in dieses Extreme oder Toxische übergeht, macht es halt gar keinen Spaß mehr. Ich weiß, es gibt Frauen, die sind vielleicht materiell eingestellt, wollen einen Kerl, der so und so aussieht. Es gibt auch Männer, die wollen eine Frau, die so und so aussieht, sich so und so verhält. Das wird es immer geben und das ist auch gut so, weil das macht halt unsere Gesellschaft aus und man sollte halt immer so vor seiner eigenen Haustür kehren und sich fragen, bei gewissen Kommentaren und Komplimenten würde ich das jetzt auch mögen. Oder man soll sich mal, man soll auch ein bisschen Empathie zeigen. Wie denkst du, fühlt sich die Frau, wenn es jetzt reduziert wird auf ihre großen Brüste, wie fühlt sie sich jetzt? Ja, aber das... Wahrscheinlich sitzt sie noch da ohne Ausschnitt, sondern ganz normal, weißt du so, was solltest du machen? Solltest du die wegfotoshoppen, so bevor es live geht oder so, weißt du, wie ich meine? Ja, weißt du? Ja, aber das sind dann aber Sachen, die du dir jetzt stellst, weil du halt empathiefähig bist, weil du offen und... Ja, ich weiß nicht, welche Wörter ich jetzt dafür verwenden soll, aber du bist jemand, der halt sich darüber Gedanken macht, wie man sich dabei fühlt. Aber wenn ich jetzt halt so ein richtiges Alpha-Männchen bin, ein Macher und hier ich sowieso der Größte und Geilste auf der ganzen Welt, dann stört dich das nicht. Da machst du dir auch gar keine Gedanken darüber, sondern du machst dein Ding einfach. Das ist der große Unterschied. Ich finde gerade vor allem bei Plattformen wie TikTok, wo sehr, sehr viele jüngere Zuschauer auch da Sachen konsumieren, dass man da halt schon drauf achten soll, dass man diese Vorbildfunktion halt einfach nicht missbraucht, indem man irgendeinen Quatsch als real darstellt, als authentisch und von wegen alle Frauen sind so. Kannst du dich noch an die Diskussion, die wir vor ein paar Jahren mal hatten, über Montana Black, wo ich dir gesagt habe, er ist ein Vorbild für viele junge Leute und sollte sich auch wie ein Vorbild verhalten, obwohl er immer sagt, ich bin kein Vorbild. Weißt du das noch? Ja. Jetzt führen wir quasi die gleiche Diskussion über diese Gruppe von Menschen. Ja, das ist halt, man beeinflusst, ob man das will oder nicht, andere Menschen, weil die halt einen anschauen, aufschauen. Und wenn ich mich in dieser Blase bewege, wo halt nur dieses Menschenbild, so müssen Männer sein, so müssen Frauen sein oder so sind Frauen, mich bewege, dann bin ich der Meinung, dass das auch so ist. Weil wenn ich, sobald ich anfange, es zu hinterfragen, verlasse ich aufgrund der Algorithmen diese Bubble und sehe mir anderen Content an. also bleibe ich in dieser Blase gefangen, weil ich ja auch der Meinung bin oder ich habe die Meinung übernommen erst mal, dass das so ist, weil es vielleicht funktioniert. Es ist jetzt viele Jahre her und damals war das erste Mal halt ein großes Thema, die sogenannten Pick-up-Artist. Und ich habe eine Seite gefunden gehabt, wo dann verschiedene Techniken halt diskutiert und erläutert wurden. Und ich habe mich mal da dran gemacht und habe das mal angeschaut und habe halt da mal versucht, das mal anzuwenden. Diese paar Regeln, diese paar Tricks, die da waren, die haben funktioniert. Ich habe es tatsächlich geschafft, in relativ kurzer Zeit viele Mädels so weit zu kriegen, dass sie sich mit mir treffen wollten auf ein Date, auf ein Sex-Date. Also Macher sagst du schon so in die Richtung? Ja. So ein richtiger Macher? Ja, das hat funktioniert, diese Techniken. Die haben funktioniert. also mit einem bestimmten Auftreten, mit bestimmter Reaktion. Das ist wirklich so ein Katalog an Verhaltensweisen, die man an den Tag legen muss, um Frauen klar zu machen, also um junge Frauen klar zu machen. Aber ich glaube auch nur so für eine gewisse Gruppierung von Frauen halt. Genau. Darauf sprechen nicht alle an, aber ich war total erstaunt gewesen, wie gut das funktioniert hat. Und ich bin jetzt nicht unbedingt ein Adonis oder so. Ich war damals schon ein kleines Möppelchen und also genauso wie heute halt. Naja gut, heute bin ich ein größeres Möppelchen. Ja, aber ich war halt nicht so dieses Idealbild von einem Brad Pitt oder so. Das Ding ist, ich kann da gut einsteigen bei dem Thema. Es gab schon eine Handvoll Frauen bei mir, also ich bin ja gar kein, also ich bin normalerweise sehr, sehr introvertiert und schüchtern für sämtliche Sachen, was so in diese Richtung geht. Das Ding ist, ich habe in meinem Leben an sehr vielen Abenden war ich da in Discord gesessen mit Frauen und wir waren, natürlich waren das auch alles super sympathische Frauen und sehr nett und so, aber da waren auch Frauen dabei, sage ich dir, wie es ist. Wenn ich da jetzt so normal war, so dieses nerdige, normale rausgelassen habe, was ich jetzt beispielsweise bei meiner besten Freundin rauslasse, dieses typische, lass eine Serie gucken, lass ein bisschen zocken und so. Das war dann Damen, die halt so normal reagiert haben, ja, bist halt so ein Friendzone-Typ. Wenn ich dann aber mich da hingesetzt habe, mit ein paar Bierchen im Kopf und von wegen angefangen habe, ja, hey Puppe, wie geht es denn dir heute so, so mit extra so tiefer Stimme und alles, und habe da irgendwie so Sachen erzählt, wie, keine Ahnung, so mich interessieren Frauen nicht so, ich mache sowieso mein eigenes Ding, und Frauen müssen ja so und so sein, dass ich die überhaupt, dass ich ihre Aura überhaupt wahrnehme. Da gab es Frauen, die haben das so krass ansprechend gefunden, dieses Macho-Gehabe, und ich fand es erstaunlich. Und das sind für mich persönlich Frauen, die auf sowas stehen, die sind nicht meine Welt, so das ist, weil da musst du ja durchgehend ein Schauspieler sein, dass da sowas funktioniert. Eine Dozentin für Psychologie, die ich mal hatte, die sagte mal, es ist erstaunlich, wie attraktiv Rebellentum in einer bestimmten Phase der Entwicklung von Mädchen zum Frau werden ist. Und damit ist nämlich dann die Frage immer beantwortet, die man sich so als netter, junger Mann sich so stellt, warum sind die Frau und die Mädels aus meiner Klasse, aus meiner Gruppe immer nur mit den Arschlöchern zusammen? Weil es ein gewisses Alter gibt bei bestimmten Mädchen, das sind viele, wo Rebellentum echt sexy ist. Weil das dann halt so viele Eigenschaften halt darstellt, die man dann halt sowieso in dem Alter halt gut findet. ist halt so. Vielleicht haben die auch so, weißt du, dass sie halt bei ihrem Vater sehen, dass der Vater irgendwie, weißt du, so jetzt für die Familie da geht arbeiten, weißt du, so dieser Beschützertyp, weißt du, und vielleicht sehnen sich diese Mädels halt dann einfach so nach einem Typ, der halt vielleicht ähnlich ist, weißt du? Ja, aber halt so ein bisschen rebellere Männer, so, das war, ich meine, die Frage habe ich mich ja auch als Teenager gestellt, warum halt die Mädels halt auf die Blödmänner stehen und halt nicht auf mich stehen, ja, aber damit hat sie es versucht halt so zu erklären in der, in der Entwicklung, wie halt, dass es halt für viele Frauen oder Mädchen sexy sein kann, wenn der Typ halt ein bisschen rebellischer ist und ich fand das nur so interessant so als kleine Randnotiz. Natürlich ist sowas interessant, klar. Weil das ist dann halt ein Mann, der sich halt nicht viel sagen lässt, der sein Ding macht, ja, und ich frage mich auch, wenn ich so mal in den Bekanntenkreis halt schaue, warum manche von den Frauen dort immer wieder auf die gleiche Typ, Mann reinfallen oder die Männer auf den gleichen Typ Frau reinfallen. Das geht ja in Umkehrschluss ja auch, weil jeder hat so sein Beuteschema und ja, manche werden damit glücklich und manche werden damit halt nicht glücklich und dann rennen sie da rum und vielleicht sind das dann ja auch die Leute, die empfänglich sind für diese Botschaften, wie ein Mann und wie eine Frau halt sein sollten. Ich denke halt schon, weil es gibt halt immer Angebot und Nachfrage. Ich glaube, so entwickeln sich diese Leute halt. Es ist interessant, weißt du, wir Menschen sind halt schon ganz, ganz komische Kreaturen, weißt du? Ja, vor allen Dingen, wir sind ja auch Herdentiere, ne? Also, da gibt es ja genug Experimente und auch Studien, die das belegen, dass wenn einer ein bestimmtes Verhalten macht, dass es viele kopieren, auch wenn das keinen Sinn macht. und ja, das ist da auch so. also, wenn ich da, wenn ich, glaube ich, oft genug im Internet sehe oder im Filmchen oder sonst was, wie sich ein wahrer Mann zu geben und zu verhalten hat, dann mache ich das nach und auf eine gewisse Art und Weise, sag mal, wenn das Gesamtpaket stimmt, so ein bisschen Optik und so weiter, dass dann auch ein, eine gewisse Anteil an Frauen darauf anspringt und dann denkst du dir so, ja, der Typ im Internet, der hat recht, so geht das, so ist das. Weil wenn du mit einer Masche keinen Erfolg hast, ja, da machst du halt diesen, kannst du dich noch hier an eine schrecklich nette Familie erinnern? Ja, klar, natürlich. Wo der Bad doch da doch, der Sohn und man doch jedes Mal eine neue Sache ausprobiert hat, er war mal der Latino, er war mal der Cowboy und so weiter, um halt Mädchen klarzumachen, ja, dann probierst du die nächste Rolle aus, die da halt, dann machst du halt einen klassischen Bad und, ähm, äh, ist fand ich den Witz so gut, dass ich selber drüber lachen muss. Ähm, kennst du das? Da gab's halt auch schon so Situationen, ne, mit El Bandi, wo er da zu der einen Frau gesagt hat, ja, äh, ist es nicht die, die Jeans, äh, die dich fett macht, ist das Fett, was dich fett macht. Ja, da gab's halt auch so Sachen, weißt du, das war damals halt der Humor, ne? Ja, damals war's okay gewesen, also, äh, ich weiß von, ich hab, ich weiß gar nicht, von wann die ist, die lief doch schon, wo ich halt, äh, wann lief dir das erst? 90er. Anfang der 90er oder so? Keine Ahnung. Kann sein, müsste ich jetzt googeln. müsste ich auch gucken. Auf jeden Fall konntest du da noch so Sachen bringen, die du heute nicht mehr bringen könntest. Aber das hatten wir ja vorhin ja auch schon mal gehabt. Schon zweimal. genau, das kann ich ja ganz kurz nochmal ansprechen. Da gibt's ja die Serie Scrubs, so ne, so ne englische Sitcom, kenne wahrscheinlich die meisten und, äh, hab ich auch sehr, sehr aktiv geguckt, einfach so nebenbei, war eine witzige Serie und, ähm, da hat, äh, der Hauptcharakter, also JD, äh, hat, ich weiß nicht mehr, ich kann mich nicht mehr ganz an dieses, äh, an die Folge erinnern, da hat er irgendwas erzählt, von wegen, ja, ich kann ja nachts nicht mehr schlafen, weil meine, SCHW und so, ne, also das, das böse Wort für, für einen Mann, der homosexuell ist, muss halt so, und was man halt heute nicht mehr sagt, so, man, man sieht ja schon, ne, du kannst ja nicht mehr aussprechen, du musst es halt umschreiben, so, ne, und hat auf jeden Fall dieses Wort benutzt, von wegen, ja, weil meine, bla bla bla, Nachbarn halt einfach so rum, turteln, also ein anderes, also ein böses Wort für turteln, in dem Fall, weißt du, wie ich meine? Becken im Boden, Genastik. Ja, so, weil die halt rum, bla bla bla, und halt einfach laut sind, deswegen kann ich nachts nicht mehr schlafen, und es war okay für die Leute, keiner hat sich angegriffen gefühlt, weißt du, wie ich meine? So, das war für die Leute okay. Ich meine, habe ich ein Interview gesehen von einer Musikerin, die, keine Ahnung, sagst du einfach mal, die war lesbisch so, und der Interviewer hat sie gefragt, ja, du machst da sehr viel Musik, wo in diese Richtung geht, von wegen, dass es cool ist, sich zu outen und so, und ich gemeint, ja, das stimmt, ich bin auch total stolz drauf, das auch erwidert, von wegen, ja, man kann ja auch stolz drauf sein, finde es immer wieder cool, wenn Leute sich outen, und die Leute halt dazu ermutigen, dass sie halt auch sich selbst sind und so, und hat halt gemeint, irgendwas von wegen, ja, würdest du dich selbst als lesbische Musikerin bezeichnen? Da hat sie gemeint, nee, lesbisch ist in dem Kontext eine Beleidigung, ich würde eher gay sagen. Da habe ich auch so gedacht, ich meine, die Musikerin ist ganz cool, aber ich dachte mir dann so, wo ist der Unterschied zwischen gay und in dem Fall schwul oder lesbisch? ich meine, was ich meine, da frage ich mich halt auch, wo ist da jetzt die Beleidigung? Ich meine, es war ja, es ist ja mittlerweile auch, glaube ich, sogar eine Beleidigung, wenn du dunkelhäutig sagst, oder hellhäutig. Ich weiß es gar nicht. Genauso wie weiß und schwarz, das kannst du ja auch nicht mehr sagen. Das ist pigmentiert, ich weiß nicht mehr, da gibt es alles an Beleidigungen plötzlich so. Ja, und da sind wir jetzt an diesem einen Punkt. Warum heißen Schaumküsse, mittlerweile Schaumküsse und nicht mehr, so und so, genau, weil sich irgendjemand Gedanken darüber gemacht hat, dass irgendjemand eventuell unter irgendwelchen Umständen sich deswegen diskriminiert fühlt. Weswegen heißt denn jetzt die, wie heißt denn jetzt die, die eine Soße, die man so auf den Schnitzel tut? Äh. Ja, jetzt heißt der Balkan, jetzt heißt der Balkansoße. Weißt du, was ich immer wieder traurig finde? Ich meine, ich lebe momentan in meiner Gegenwart, ne, und bin froh, hier zu leben, so weißt du, so ist ja auch alles gut, aber wenn irgendwann mal die Welt untergehen sollte, ne, also so richtig, du weißt, die Welt geht unter, da gibt es halt dann nichts mehr, so die Menschheit stirbt aus. Da werde ich irgendwann mal so ein Video machen, werde diese ganzen Begrifflichkeiten nochmal nennen und werde dann am Ende sagen, so, ich habe diese ganzen bösen Begriffe jetzt alle genannt und habe sie überhaupt nicht rassistisch gemeint oder so. Weißt du, was du meinst, diese Zigeunersoße, ne, darf man nicht mehr sagen. Ja, aber da hat sich, weil Zigeuler ein Volk war. Ja, was halt im Dritten Reich, im Dritten Reich stark gelitten hat und auch später und danach noch, ich glaube, bis heute gibt es noch Diskriminierung. Auf jeden Fall haben sich da Leute Gedanken gemacht, da hat keiner geklagt, da haben sich Marketingmenschen Gedanken gemacht, dass sich irgendwie irgendjemand mal halt auf den Schlips getreten fühlt und deswegen haben wir das gemacht. Bei Sarotti gab es den Sarotti Moor. Das war eine süße, niedliche, dunkelhäutige Kinderfigur in einem orientalisch anmutigenden Kostüm. Das war da halt drauf. Das war noch nicht mal ein Foto. Das war eine Zeichnung, ein Pikogramm, so was, ein Bild. Das war der Sarotti Moor. Den hat man ja auch weggemacht. Das hat man bei vielen Sachen hat man das weggemacht, weil irgendjemand irgendwo sich da gestört fühlt. Wenn da wirklich sich jemand gestört fühlt, dann ist das so. Das ist genauso wie mit, dass Ariel, die Meerjungfrau, jetzt von einer Frau gespielt wird, die einen komplett anderen ethnischen Hintergrund hat, wie eine Figur, die aus einem einer Fantasiefigur, Ariel ist eine Fantasiefigur, und Ariel ist halt ein Wesen, was unter Wasser lebt. Ariel, die Meerjungfrau, ist ein Fantasiewesen. Und da beschwert man sich jetzt darüber, dass sie jetzt mit gespielt wird von einer Frau, die höchstwahrscheinlich afrikanischen Ursprungs ist. Weißt du, ich kenne mal so auf, ich sage dir was zu der Thematik. Ich meine, wir haben ja kurz vorhin darüber geredet und ich bin ja auch von deiner Meinung. Weißt du, das Ding ist, was ich immer wieder kritisch finde bei gewissen Serien und Filmen ist, wenn die Hersteller, die Entwickler, die Autoren und was auch immer, wenn die auf Krampf halt irgendwie divers sein wollen, weil Diversität momentan ja cool ist und gut Kohle in die Kassen bringt, weil PR-Moves und so. Ja, Inklusion. Das finde ich kritisch so halt einfach. Inklusion. Wir beziehen alle mit ein. Wir haben den Quoten. Das finde ich halt scheiße halt einfach. Wir haben halt den Quotenschwarzen, wir haben den Quotenschwulen, wir haben die Quotenlesbe und seit neuestem haben wir sogar den Quotentranssexuellen. So, einfach mal jetzt alle Wörter, die wir halt so raushauen können, dafür verwendet haben. Ich weiß, worauf du hinaus willst, weil es ist doch so. Man hat das Gefühl, für mich ist das so. Ich finde es grausam, dass sich heutzutage jemand noch outen muss, dass da jemand auf die Leute, die wichtig sind, seiner Familie, seine Freunde, seine Bekannten, dass derjenige da hingehen muss und sagen, Leute, ich stehe auf Jungs, ich stehe auf Mädchen, ich bin homosexuell, ich bin eine Lesbe, ich bin schwul. Ich finde das schlimm. Sollte das nicht nach den ganzen Jahren in denen die Leute dafür gekämpft haben, dass sie sein dürfen, was sie sind, es nicht normal sein, dass jemand im falschen Körper geboren wird, dass er das gerne ändern möchte, dass jemand halt das gleiche Geschlecht liebt, dass jemand in einem falschen Körper liebt, aber trotzdem dann das gleiche Geschlecht liebt und so weiter und so fort. Das sollte doch heutzutage total normal sein. Wir rennen seit den 70er Jahren kreuz und quer durch die Gegend und fordern Verständnis, Freiheit und so weiter. Aber wir sind heutzutage kein bisschen weiter. Und wenn ich mir die Entwicklung in manchen Gegenden auf der Erde anschaue, machen wir eher ein Schritt rückwärts wie halt vorwärts. Und das ist so traurig, dass man heutzutage sich nicht mehr traut, gewisse Wörter zu sagen. Ich habe vor vielen Jahren ein Gespräch gehabt mit Freunden von meinem besten Freund. Und die sagten, wir wollen gar nicht homosexuell genannt werden, sondern wir möchten schwul genannt werden, weil wir sind schwul. Und das Gleiche haben auch die Lesben gesagt. Wir sind nicht homosexuell, wir bezeichnen uns als Lesben. Heutzutage bist du ja schon überlegen, weil du Angst hast, wenn ich schreibe, ja ich gehe mit meinem schwulen Freund, und blablabla. Dass du dann Shitstorm ohne Ende kriegst. Ich sehe jetzt an deinem Gesichtsausdruck, dass du gerade extrem nachdenklich bist. Es geht, es geht. Weißt du, du musst dir vorstellen, kennst du wahrscheinlich auch die Serie Family Guy. Ja. Die arbeiten sowas halt immer mit sehr viel Humor auf, so eine Theorie. Ja, das ist ja nicht nur Family Guy, Family Guy, Simpsons, was hast du noch? South Park. South Park ist auch so krass. Ich liebe sowas, ich liebe es. Ich liebe es auch. Weißt du so, da war in der Folge, ich kann mich nämlich ganz erinnern, da war irgendwie so ein Alien-artiges Wesen so vorm Fernseher gesehen, und da haben die auch wieder so dieses ganze Twitter-Ding und so hops genommen, indem sie dieses ganze LGBTQ-Zeug und so wieder kritisiert haben, sozusagen indirekt, und da hat dieses Alien-Wesen gesagt, oh, toll, dass das thematisiert wird, jetzt fühle ich mich als diverse Lebensform endlich mal beachtet. So, weißt du, und so machen die halt ihre Witze darüber, indem sie mal solche Gags halt einfügen. Was mir noch einfällt, was ich auch super cool finde, ich fand es total witzig zum Wegschmeißen, bei Scrubs ist auch eine Folge gelaufen, so, da hat der ältere, wie heißt der nochmal, ich weiß jetzt gar nicht mehr seinen Namen, der wohl dieses ganze Krankenhaus besitzt, da hat dann irgendwie, jetzt habe ich so einen Schnipsel gesehen von dem Video, da dann zu einem, zu einem anderen Arzt, der dunkelhäutig war, da gemeint, sieh, nikka, und dann kam ein anderer, gemeint, was haben sie gesagt, er ist ein Mann, der gerne nickt, mit dem Kopf nickt, dann so, ach so, ja, okay. Sieh, nikka, oh ja, oh ja, okay. Weißt du so, weißt du so, und hat das halt noch mit dem CK so richtig krass betont, also der deutsche Synchron, sieh, nikka, weißt du, ich weiß gar nicht, was der im Englischen gesagt hat, das müsste ich mir mal angucken, was er da gesagt hat, weil, da wird ja dieses, diese, diese Beschimpfung mit n, halt in dem Fall, ja, ja, nicht so, da gibt's glaube ich kein Wort, was ähnlich ist, was mit nicken zu tun hat, weil er da wirklich im Deutschen gesagt, sie nikka, also was haben sie gemeint, er ist ein Mann, der mit dem Kopf gerne nickt, also ach so, ja, ja, dafür sind meine Englisch-Kenntnisse jetzt nicht gut genug, dass ich da irgendwas erst kenne. Meine tatsächlich auch nicht, obwohl ich eigentlich einiges kenne, aber das müsste sie, man müsste sie das auch mal, im, ich kann dir mal das TikTok-Video schicken, ich hab's geliked, ich fand's irgendwie witzig, weil das ist halt genau, das ist halt so ein Humor, weißt du so, weil du gehst ja davon aus, dass es was Böses ist, so weißt du so, hä, was sagt er jetzt, ach so, ja gut, ein Mann, der gerne mit dem Kopf nickt, ach so, macht Sinn, im Deutschen macht das halt Sinn, wie gesagt, im Englischen müsste ich mal nachgucken tatsächlich, so wie, wie das im Englischen ausgesprochen wird. aber da haben wir ja diesen Punkt, was ich meine, ähm, man geht davon irgendwie aus und das ist nicht richtig und das ist falsch und damit haben wir ja also quasi diese Riesen, dieses Riesengebiet auch irgendwie abgedeckt, was, ähm, im Internet halt dieses Phänomen ist, dass man Angst bekommt, dass man was Falsches sagt und dann einen Shitstorm abbekommt, weil man was Falsches gesagt hat, ähm, da ist es nämlich da, worauf es sich hinausgeht, deswegen traut man sich ja, gewisse Sachen nicht mehr zu sagen oder gewisse Firmen trauen sich nicht mehr und ändern Produktnamen, so wie halt die Balkansauce. Ich frage, wie war das da mit diesen Keksen da, da war doch auch so eine Thematik am Anfang von dem, was da in der Ukraine passiert ist, mit, wie hieß es nochmal, russisches Brot, wo sie das gestrichen haben oder irgendwie sowas, war da nicht mal irgendwas mit Edeka, ich habe keine Ahnung. Nein, 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 das war bei diesem russischen Brot und dann gibt es bei Aldi, gibt es auch, aber auch bei anderen, gibt es halt Moskauer Eis oder Eiscreme Moskauer Art, das wurde dann auch alles umbenannt, ja genau, und das ist, das geht in die gleiche Richtung irgendwie, dass man versucht halt, weil man damit ja Gefühle von anderen Menschen verletzen könnte, dann halt ein Produkt umbenannt. Das wäre genauso, wenn es halt Tempo, jeder weiß, was ein Tempo ist und ich stelle dir mal vor, es gibt ein Volk, das heißt Tempo, Tempo, Tempora, Tempora und die könnten sich jetzt angegriffen fühlen, weil wir halt mit dem Tempo unsere Nase putzen und das dann einfach wegschmeißen. Das ist halt, für ihre Ethnie ist das halt absolute Diskriminierung. Und so entstehen solche Sachen, dass Narben geändert werden, genau. Was ist das? Wir denken da gar nichts Böses dabei. Ja, aber dann gibt es dann irgendwelche, die sich darüber aufregen. Hat denn schon jemand daran gedacht, na, jetzt hier so kleines Meme, denkt denn jemand schon noch an die Kinder? Hat denn jemand an die Kinder gedacht? Ja. Ich hab mal, ich weiß gar nicht, ob du das auch bei TikTok gesehen hast, da gab es mal eine Zeit, da hab ich so mitbekommen, wie sich Leute darüber aufgeregt haben, wegen, ja, dass halt die Leute sagen, ah, ich geh jetzt was essen, ja, wo, ah, beim Asiaten oder ah, beim Griechen geh ich was essen. Die haben sich darüber aufgeregt, von wegen, ja, warum muss man halt da immer wieder auf die Nationalität gehen? Also, ich weiß nicht, aber wo, wo ist das bitte verwerflich? Weil du gehst ja dann in dem Fall zu dem Restaurant und, und der, und in den meisten Fällen, wenn da, also, das sind ja dann in dem Fall diese kulturellen Gerichte, ne? Ja. beim Asiaten so. Ja, gut. Alles, was du mit Ente und so zu tun hat und so. Wenn du das jetzt richtig korrekt sagen würdest, du gehst ja nicht zum Griechen, sondern ich gehe jetzt zum Griechen und esse griechisches Essen, was eingedeutscht wurde. Weil, wenn du in Holland zum Griechen gehst, ist das Essen ein bisschen anders. Wenn du in England zum Griechen gehst, ist das Essen auch wieder ein bisschen anders. Das wird immer so an die, an die, an die, die Gewohnheiten der Menschen, die dort leben, ein bisschen angepasst. Und das asiatische Essen, ich meine, asiatischer Raum ist ja riesengroß, ne? Ja, ja, klar. Ist auch nicht so authentisch, was wir hier kriegen, wie halt in China, in Japan, in, ach, keine Ahnung, da sind ja so viele Länder. Thai und so weiter. Ja, klar. Natürlich. Ja. Das ist dann immer so, ich gehe chinesisch essen, das eingedeutscht wurde. Und so. Ja, das wäre die richtige Aussage, weil, aber für mich ist das auch so, wenn ich jetzt zum Türken gehe, dann nur ein Döner essen, ja, komm, lass uns, lass uns eben türkisch bestellen. Obwohl ich da auch Pommes kriege. Vielleicht kriege ich da sogar Pizza, was dann ja italienisch wäre. Aber das ist ja, ähm, eingedeutschte, da haben wir es ja schon wieder. Du sagst, du gehst zum Türken. Eine eingedeutschte Pizza, die ich beim Türken bestelle. Ja. Weißt du, die Überlegung? Weil, bei einem Mann mit deutschem Pass, der hier, der hier lebt, der hier arbeitet, der aber türkische Wurzeln hat, da gehe ich jetzt essen. Genau. Weißt du so? Ja. Ne, und dann bestelle ich mir dort eine eingedeutschte Pizza italienischen Ursprungs. Ja, und damit habe ich dann eventuell alle Eventualitäten abgedeckt, wo man mich angreifen könnte. Aber, das macht doch unsere Sprache doch total kaputt. Das ist doch auch nicht irgendwie, ähm, stillführend. Du könntest natürlich sagen, ich gehe jetzt halt in, vielleicht wenn die Pizzeria halt, ähm, Bella Romana heißt, ne, ich gehe jetzt nach Bella Romana essen. Aber, wenn ich jetzt sage, ich gehe italienisch essen, dann kann das jedes Restaurant sein. Jede Pizzeria. Jedes italienische Restaurant. Da haben sich bei TikTok auch mal Leute aufgeregt, dass, ähm, dass es immer noch Leute gibt, die bei der Handymarke Huawei, dass sie Huawei sagen und ich, äh, weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Weißt du, wie ich meine? Ich dachte, ich dachte, es war auch nicht Huwe. Wie hieß denn das nochmal? Ich dachte, es heißt Huwe. Ich habe immer Huawei gesagt, weil das noch eine A war. Aber das heißt ja gar nicht so. Und da gab es halt Leute auf TikTok, die nicht asiatisch waren, die sich darüber aufgeregt haben und gesagt haben, ja, das heißt ja gar nicht so, das heißt ja so und so. Weißt du? Und, äh, das finde ich halt immer, ich finde sowas immer lustig so, ne? Ich bin froh bei TikTok, weißt du, wenn, wenn so Beiträge, ne? Wo sich da Leute über sowas aufregen und sowas dann, äh, durch die Hintertür als Rassismus darstellen. Wenn du sowas bei Twitter hast, so Post, dann siehst du die Leute, ja, hast du total recht und so, Rassismus ist doof und fuck Nazis und so Sachen. Weißt du, aber wenn du bei TikTok die Kommentare öffnest, deswegen mag ich TikTok so sehr, dann sind die Leute so, ach ja, andere Probleme haben wir halt nicht, ne? Weißt du? Das finde ich so toll an TikTok. Das Tolle ist halt die Leute, die halt einfach, die sowas einfach doof finden. Das Tolle bei TikTok ist auch, dass die Zuschauer spätestens nach 15 Sekunden vergessen haben, was sie vorher gesehen haben. Das geht mir halt auch so. Gibt's so, weißt du, das ist auch so ein Fehler. Du hast, du hast die Möglichkeit, 10 Minuten Videos mittlerweile dort hochzuladen, ne? Nur, die schaut keiner, weil die Aufmerksamkeit bei 15 Sekunden angekommen ist. Weißt du, was krass ist so, da wollte ich auch mal ein Video dazu machen, über das Thema Aufmerksamkeitsspanne, ne? Ich sitze manchmal da und gucke jetzt irgendein Video an, was ich total spannend finde, ne? Und, äh, ich sitze trotzdem am Handy und mache irgendeine Scheiße halt einfach, weil meine Aufmerksamkeitsspanne durch TikTok in den letzten Monaten so kaputt ist. Ich meine, guck mal, wir leben in einer Welt, wo wir alles konsumieren können, in Massen so. Wir können uns totschauen von allem, was es gibt. Und du sitzt da an TikTok so und du hast noch nicht mal die Aufmerksamkeitsspanne, um drei Sekunden dran zu bleiben und wichst direkt weiter so. Dass du innerhalb von zehn Sekunden, was weiß ich, 50 Videos durchgewichtest. So, in so einer Welt leben wir mittlerweile. Ähm, das hat ja so eine, ich hab da hier also so eine Theorie, ne? Wir leben ja so ziemlich in einer Wegwerfsgesellschaft, ne? Ja, genau. Konsum- und Wegwerfsgesellschaft. Wir produzieren echt viel Müll und so, ne? Und kaufen lieber neu, anstatt nochmal aufzuarbeiten und das ist wieder zu verwenden. Das gleiche machen wir bei Beziehungen. Oh, ah, das gefällt mir nicht so ganz, das Verhalten, ich suche mir einen neuen Partner. Ja? Da sind ganz viele Leute ganz schnell dabei. Anstatt sich da irgendwie hinzusetzen und dann die Beziehung zu arbeiten, wird dann lieber der Partner ausgetauscht. Und das gleiche haben wir bei den Medien. Ach jo, das passt mir nicht, das passt mir nicht, das passt mir nicht, das passt mir nicht, das passt mir nicht. Ach, guck mal, das ist interessant. Da könnte ich jetzt auch mal was einschmeißen über Medien. Das ist ja das so, wir konsumieren und wir schmeißen weg. Was auch bei Medien ist, um nochmal auf das Thema mit Bubbles und so zurückzukommen. Ich hab mal eine Zeit lang, wo ich mich für dieses ganze Ukraine-Russland-Thema interessiert hab, hab ich halt sehr viel konsumiert und der Algorithmus von YouTube funktioniert ja mittlerweile auch richtig gut. Und irgendwann wurde es mir halt zu dumm, weil die ganzen Titel, jetzt macht Putin ernst, jetzt kommt die letzte Drohung. Das wird immer extremer. Ja, ne, und du denkst dir so nach Monaten, das hat er so gar nicht gesagt, so weißt du, und trotzdem kommen die ganzen, wie so alle heißen, Bild und Spiegel und Fokus und keine Ahnung was, kommen da an, ach, jetzt ist er eine letzte Drohung, jetzt müssen wir Angst haben und jetzt dreht er den Gashahn zu und jetzt bla 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 und hast dich. Irgendwann dachte ich so, weißt du was, ich guck den Content nicht mehr an. Ich will den Content momentan nicht sehen. Wenn ich mir irgendwas nachlesen will, lese ich es nach, aber geht mir auf den Sack. Also, bei mir ist das zur Zeit so, ich krieg extrem viel auf meiner For You-Seite bei TikTok geschwemmt, so Videos, die entweder so gehen, so, das wird alles teurer. Ich weiß gar nicht, wie das ich bezahlen soll. Ich habe hier eine Nachzahlung gekriegt für Gas. Ah, das ist so schlimm, der Strom wird immer teurer. Oder ich kriege Videos, wo dann ist, das neue Bürgergeld, da kriegt man 50 Euro mehr. Das sind dann über 500 Euro. 502 Euro, wenn ich jetzt mit meiner, wenn ich meine Rechnung aufmache, ich verdiene so und so viel Geld, ich habe zwei Kinder, meine Partnerin, habe die und die Ausgaben, ich habe 50 Euro mehr, nee, ich habe 50 Euro weniger, wie jemand, der Hartz IV bezieht oder das neue Bürgergeld. Warum gehe ich überhaupt arbeiten? Das lohnt sich doch gar nicht mehr. Die Kommentarsektion vor allem, der wird gehatet gegen Hartz IV Empfänger, das ist nicht normal. Die Kommentarabteilung bei solchen Videos ist, das ist Content Gold. Daraus könnte es so viel Material machen. Du hast einen ganz kleinen Teil, der sagt, Junge, deine Rechnung ist nicht richtig. Du hast nicht berechnet, dass Kindergeld als Einkommen berechnet wird. Du hast nicht beachtet, dass wenn man als Paar zusammenlebt, da muss man gar nicht verheiratet sein, als Bedarfsgemeinschaft gilt, dass man dann ungefähr 100 Euro weniger bekommt. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt bei dem Bürgergeld genauso ist. Aber die sind dann davon ausgegangen, dass jeder da 502 Euro kriegt und so. Das wird garantiert nicht so sein. Sondern da wird ein Teil von abgezogen werden, weil man halt weniger Ausgaben hat, wenn man zu zweit ist, weil man keine zwei Telefonanschlüsse braucht, keine zwei Versicherungen und solche Sachen. Lange Rede, kurzer Sinn, es sind Fehler in den Rechnungen drin, die halt das Ergebnis dann wieder ein bisschen etwas anders aussehen lassen. Aber der Oberknaller war gewesen, und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, die haben ja auch noch Anspruch, auf die Tafel zu gehen. Das habe ich nicht. Also mal ganz ehrlich, wenn man das als Neidfaktor anführt, dass jemand, der wirklich nicht viel Geld hat, zur Tafel gehen darf, dann stimmt doch was mit der Welt wirklich nicht. Dann ist irgendwas total kaputt. Das ist eh kaputt in meinem Arsch. Das ist aber nur ein kleiner Teil, der halt anprangert, dass halt die Rechnung falsch ist. Die meisten Leute sind dran, ja, ich bezahle so und so viel, habe so und so viele Abzüge, mir bleibt am Ende des Monats auch nur so und so viel über. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und das wird sich ja mehr lohnen, wenn ich dann halt das Arbeitslosengeld 2, Hartz 4 oder Bürgergeld beantrage, dann stehe ich ja schon fast besser da und so. Die Leute vergessen alle nur eins. Jeder, der schon mal Arbeitslosengeld 2 bezogen hat, kann das bestätigen. Man will sich nicht der Stigmatisierung der Gesellschaft aussetzen, weil Hartz 4 Empfänger sind mit den vielen Leuten Augen, ziemlicher Abschauen, arbeitsscheues Pack, das ist noch freundlich ausgedrückt. Und was ganz besonders ist, man ist den Launen und den Dengeleien der Jobcenter ausgeliefert. Weil da gibt es ein totales Machtgefälle. Ich komme dahin, ich möchte Geld von denen haben, damit ich leben kann und die zwingen mir gewisse Sachen auf. Und das kann man jetzt sehen, wie man will. Es gibt gute Sachbearbeiter, es gibt aber auch viele Scheiß-Sachbearbeiter, die dann halt hingehen und dann irgendwelche Maßnahmen, die total sinnlos sind, aufdrücken, nur damit du halt irgendwas tust, was keinen Sinn erfüllt. Wie jemand, der eine IT-Ausbildung hat, zum Bewerbungstraining schicken, wo man erstmal lernt, wie man halt mit Word und Excel umgeht. Dabei hat derjenige ein Zertifikat von Microsoft, dass der Unterricht geben darf, wie man Word und Excel bedient. Derjenige ist bestimmt fitter in dem Gebiet, wie der Dozent, der vorne an der Tafel steht und stammelt, erklärt, wie man mit Excel 1 plus 1 rechnet in der Zelle. Ja. Das sind ja auch so Erfahrungen, die man halt sammelt im Laufe der Zeit, wenn man sich mit anderen Leuten unterhält, dass es da viele sinnlose Sachen gibt. Und ganz ehrlich, ich gehe lieber arbeiten, als mich solchen stressigen Sachen auszusetzen, wo ich mir ständig auf die Zunge beißen muss, wo ich nicht das sagen darf, was ich will oder nicht das tun kann, was ich will, weil ich in der Abhängigkeit bin, dass ich Geld bekomme. Und das versuchen Leute dann diesen Leuten mitzuteilen, dass es da halt echt, dass es nicht einfach ist als Hartz-IV-Empfänger. Aber diese große Masse an Leute, die zutiefst unzufrieden sind, weil sie halt sich den Arsch krumm buckeln und dafür kaum Geld haben oder am Monatsende bleibt gar nichts über. Und die sehen dann nur die faulen Hartz-IV-Empfänger, die zu Hause sitzen, sich den ganzen Tag die Eier schaukeln, dabei noch schuld Zigaretten rauchen, sich das Bierchen trinken und den Tag genießen, weil der liebe Gott ein guter Mann ist. Also da neidisch zu sein auf Leute, die sowas, weißt du, das ist, da frage ich mich halt immer so, wie weit sind wir gesunken? Ja, wie weit muss man sinken, dass man auf jemand, der wirklich am Existenzminimum lebt, neidisch ist? Ich meine, es ist klar, dass wir viele Berufe haben, die halt nicht viel Geld kriegen, wo die Bezahlung nicht okay ist. Man müsste eigentlich mehr bezahlen. Angefangen bei der Pflege, über alle möglichen Jobs, sind einfach in Deutschland nicht gut bezahlt. Und dann neidisch zu sein auf jemand, der halt weniger hat, weil er nicht arbeiten gehen kann, warum auch immer, finde ich schon echt hart. Warum änderst du nicht was und forderst einfach von deinem Chef mehr Geld? Weißt du, die Gesellschaft ist so eingestellt im Sinne von, weißt du, wenn du jetzt, du hast jetzt so, keine Ahnung, drei Leute so, und da liegen jetzt 50 Euro so, und nur einer kann dir 50 Euro haben. Du kannst das Geld nicht teilen, sondern nur einer bekommt es. Und die Gesellschaft ist so, bevor, also wenn ich es nicht bekomme, bevor es dann jemand anderes bekommt, sollte das Geld lieber zerstört werden und keiner bekommt es. So ist die Gesellschaft halt drauf. Bevor es andere bekommen, soll es lieber gar keiner bekommen. So. Ja, und das sind halt so die zwei Arten von Videos, die sich letzte Zeit bei mir so auf meiner For You, bei TikTok halt gehäuft haben. Und da denke ich mir immer so, was sagt das jetzt über mich aus? Ja, was sagt das jetzt über mich aus? Das ist genauso wie Leute, die bei Instagram sagen, oh, ich bekomme nur noch Weiber angezeigt, diese komischen Weiber, die ihre Tinten präsentieren, und alle Frauen sind ja gleich, und bla, bla, bla. Da fragt man sich so, warum sieht deine Instagram- Startseite, dein Feed so aus, dass du nur noch Frauen bekommst, die so aussehen? Weil er sich das, weil er sich das in der Regel halt anschaut. Weißt du, ich bin das einzige, also die einzige Plattform, wo ich etwas kritisch bin, wenn, wenn, wenn so ein Content da ist oder präsentiert wird, ist halt Twitch, so, da bin ich immer ein bisschen kritisch so, ähm, aber bei Instagram, ey, da gibt es so viele schöne Frauen, die sich da präsentieren, ist doch okay, sollen sie doch machen, so, natürlich like ich da ab und zu mal irgendein Bild so, weil ich das hübsch finde, so, weil es ja auch kein Unmensch oder so, weil es ja auch, äh, Mensch mit, mit, mit Trieben und so, ne, ist klar. Ja, genau. Aber, wenn ich etwas schön, wenn ich etwas schön finde, dann like ich es, also, oder ich lasse auch einen Kommentar da, wenn ich das schön finde. Wenn ich halt, eine Frau schön finde, die halt ein schönes, Foto da rein stellt, auch wenn ich weiß, dass da 10 Millionen Filter drauf sind und gegebenenfalls das Foto auch noch geshoppt wurde, weil, ne, ja, lasse ich da gerne ein Like da, weil, wenn es, wenn es mich anspricht und da, ich lasse auch ein Like da für eine schöne Handarbeit oder für ein, für ein schönes Bild, wenn jemand ein schönes Bild gemalt hat, weil es künstlerisch schön ist und es mir wirklich gut gefällt, also, ne, so, dann lasse ich ein Like da, na, oder ich kommentiere es sogar, warum auch nicht, ich meine, ich bin ja auch ein Mensch und wenn es ästhetisch ist und schön ist, warum nicht, aber wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, wo man sich dafür erklären muss, warum man etwas tut und das finde ich so falsch, das ist so falsch, das ist, ich weiß nicht, woher diese Sache kommt, aber irgendwie ist dieser Punkt erreicht, wo ich mir immer denke, schlimmer kann es doch gar nicht mehr werden, aber dann werde ich davon, werde ich davon überrascht, dass es halt noch schlimmer geht, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo man sich ständig überlegen muss, darf ich das sagen, darf ich das sagen und ich erwische mich manchmal sogar bei den Gedanken, darf ich das denken, darf ich das denken, darf ich das denken, das habe ich so oft, Ja und das ist einfach nur, weil man halt mitkriegt, wie andere Menschen mit anderen Menschen umgehen, die im Internet sind, weil sie die total kritisieren für ihre Ansage, ich weiß nicht, hast du diese Videos auf TikToks gesehen gehabt, wo diese junge Frau Fleischesser anschreit? Ach, hör mir auf, ich habe einen Kollegen von mir, einen Mod von mir, der hat er sogar auf Discord bei ihrem Server da mit dem privates Gespräch, das dann auf Twitter so ein bisschen mit Humor halt so ein bisschen thematisiert, also ach nee, ich finde sowas immer, weiß nicht, ich bin mittlerweile bei der Grenze hinaus, darüber hinaus, dass ich sowas sogar witzig finde, so, ich finde sowas einfach nur Ja, aber wenn man es überlegt hat, ich habe da ein Video gesehen gehabt, da steht diese junge Frau da, auf eine Kirmes, ein Rummelmarkt oder was, da ist ein kleines Kind, ist da irgendwie was, wo Fleisch drin ist, dann geht die Frau da hin und sagt zu dem Kind, dafür musste ein Tier sterben, damit deine Eltern dir das kaufen konnten, dass du das jetzt isst und da ist jetzt irgendein Tierbaby ganz traurig, weil seine Mama tot ist. Ey, was ist kaputt mit dieser Welt? Was ist kaputt mit dieser Welt, dass man hingeht und dann sowas zu einem Kind sagt? Kannst du dich noch an die Folge bei South Park erinnern, wo sie gesagt haben, dass hier Kalbfleisch jetzt anders heißen muss, sondern Fleisch von Babykühen oder Babyrindern und dann hat keiner mehr Kalbfleisch gekauft, weil sie den Namen geändert haben, weil von gequälten Babykühen oder so war? Ja, genau so ist da, kommt mir das vor bei dieser Diskussion. Und genau so ist das, dass man dann halt überlegt, darf ich das überhaupt noch, darf ich das überhaupt so denken? Ich weiß nicht, was los ist, ob das jetzt Corona war, dass wir alle so lange zu Hause waren und die Leute irgendwie zu viel Zeit hatten, sich selbst zu verwirklichen, aber ich merke einfach, dass es jetzt, und vor allen Dingen seit auch dem, dem der Krieg mit der Ukraine ist, dass das irgendwie alles wesentlich schlimmer wird und Ach du meinst die Operation? Die militärische Operation, genau. Natürlich, da darf man nicht vergessen, muss ja auch sachlich bleiben. Ja, und dass die Leute immer mehr abdrehen, weil die Leute immer mehr Zeit haben, weil sie zu Hause hängen. Ich meine, rausgehen kannst du ja auch nicht mehr, kannst du ja nicht mehr leisten. Meine Schwester hatte jetzt ein Eis geholt gehabt, eine Kugel Eis. Was meinst du, was diese eine Kugel Eis gekostet hat? Ich schätze mal 1,20. Ja, Pustekuchen. 1,60 Euro. Eine Kugel Eis. Und ein bisschen weiter war gewesen 2 Euro. Weißt du, ich bin ja jetzt nicht nicht so alt. Ich meine, ich gehe auf die 30 zu so langsam, weißt du. Aber als ich noch ein Kind war, da haben die, glaube ich, 40 Cent gekostet. Da hat es aber pro Kugel. Ich kann mich noch an 30 und 40 Pfennig erinnern. Ja, das hat meine Mutter auch immer. Das haben die doch so und so viel gekostet. Da hat es da aber auch gut Geld, nicht so wie heute. Ja, aber trotzdem, wenn du überlegst, also, ne, und, äh, ja. Pass auf, zu mir sagte mein Bekannter, der, ich habe mich mit dem unterhalten, ähm, über diese Thematik, dass sogar Magerquark teuer geworden ist. Und ich esse ja Magerquark sehr, sehr gerne. und er hatte eine gute Erklärung oder er hat, er hat was Gutes zu mir gesagt, was ich zwar dumm fand, aber irgendwie hat er ja auch recht, hat gemeint, die Leute beschweren sich, dass alles teurer wird. Ist ja, ist ja normal, ne? Das sind ja Lebensmittel, die werden teurer, ne? Hat er gemeint, man kauft diese Lebensmittel doch einfach nicht und dann, dann muss ich auch nicht beschweren. Ich dachte mir, so war es. Es ist eine Milchmädchenrechnung. Wie damals mal, irgendwann mal Benzin teuer wurde, sagte mein Nachbar, ne? Mir stört das nicht, wie teuer der ist. Ich tanke immer für fünf. Nur was machst du mal, wenn der Liter Benzin über fünf Mark über fünf Euro kostet? Kannst du nicht mal einen Liter mehr? Ja. Das ist eine Milchmädchenrechnung, wie man so schön sagt. Also ich merke gerade so, abgesehen davon, dass wir ja privat eigentlich gut Kontakt haben, dass wir podcasttechnisch schon lange eingestaubt sind, weil wir jetzt so viele Themen aufeinander geschmissen haben. Man hat sich viel zu erzählen halt. Ich komme von dem einen aufs andere. Von Höcksken auf Stöckken. Das wird eine Laberfolge. Ich weiß auch, ich bin schon die ganze Zeit lang an überlegen, welchen Titel ich hier verwende, der halbwegs dieser Sache gerecht wird. Ich bin auch mal gespannt. Ich werde das Wasser nicht morgen alles machen mit der Bearbeitung und so. Bin heute gar nicht mehr so fit. Ich habe kaum, muss dir vorstellen, ich habe kaum geschlafen, war vorher unterwegs, wieder unter Menschen, weißt du, und bin nicht mehr ganz so fit. Ich wollte heute eigentlich, keine Ahnung, ich habe noch von vorgestern, da habe ich noch ein paar Bierchen gehabt, dachte ich so, heute noch zwei, drei Bierchen trinken, gar nicht, also überhaupt nicht. Nach dem Podcast werde ich dann wahrscheinlich erst mal die Sachen abspeichert, so, und dann werde ich ein bisschen was zu essen machen, habe noch nichts gegessen tatsächlich und dann werde ich ein bisschen Serie gucken. Ich werde mich morgen dran setzen, bin gespannt, was du denn für einen Titel willst bei dir. Ich gucke auch mal so, es wird spannend auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die Kapitelmarken setzen soll. Da habe ich es immer einfach so, wir haben so viel Durcheinander geredet, aber das war halt auch mal ein Muss, es gibt ja auch so viele Sachen. Ich muss nur mal jetzt kurz zum Schluss sagen, viele, naja, schimpfen halt immer über TikTok von wegen, ah, das und das. Ich bin ehrlich, seitdem ich TikTok verwende, habe ich viel mehr aktuellere Themen, die mich aber auch gut interessieren, die auch aktuell sind, bin ich ehrlich, weil da siehst du so viel Zeug. Wenn du mal so auf die ganzen Trends, die da so sind, ach, das ist jetzt nur als Beispiel. Was gerade auf TikTok aktuell ist, als Trend, taucht ein bis zwei Monate später auf Instagram auf und dann erst auf YouTube und so weiter setzt sich das durch. Obwohl die Leute die Sachen, die sie auf TikTok machen, auch gleichzeitig auf YouTube und Instagram und so weiter verwursten, als real oder als short. Das ist jetzt so ein ziemlich machermäßiges Thema, aber man sieht einfach, weil das so ein schnelles Medium ist, weil du einfach so durchswipest, wie aktuell die Sachen sind, wie die Queen gestorben ist, bam, war die 4U-Seite voll mit Queen-Thema. Die Queen ist tot. Ich hatte keine einzige. Gott sei Dank. Da hatte Hinz und Kunz, was zu sagen, wie die Ukraine-Sache da anfing, hatte jeder was da irgendwie zu sagen und dann auch so relativ schnell immer, ja hier, das ist passiert und das ist passiert. Ich bin wirklich erschrocken, wie schnell sich da Informationen verbreiten oder an dem Tag, wo das neue Bürgergeld beschlossen wurde, hatte ich bestimmt innerhalb von 10 Minuten 30 Videos, die sich mit dem Bürgergeld beschäftigt haben und da war das gerade erst, ob das durchkommt oder nicht, beschlossen wird. Und das war unglaublich. Also die Schnelligkeit und die Aktualität dieser Plattform, die ist noch krasser wie Twitter. Vor allem, du musst dir vorstellen, ich bin immer wieder wahnsinnig überrascht von TikTok. Ich kann nur jedem da draußen empfehlen, der hier zuhört. Wenn ihr da Interesse habt und sowieso auf TikTok euer Unwesen treibt, dann könnt ihr gerne da uns folgen, so ihm und mir. Das Ding ist, ich bin bei TikTok immer wieder so krass überrascht. Du musst dir vorstellen, ich lade bei YouTube eine Review hoch über einen Film, der relativ aktuell ist, erzählt ja so ein bisschen meine Meinung, ein paar Kritikpunkte, maximal 100 Aufrufe, 10 Likes, zwei Kommentare, wenn überhaupt. Ich lade denselben Content, gut zusammengeschnitten, ist klar, bei TikTok hoch, innerhalb von, was weiß ich, zwei Stunden oder sowas, 1000 Aufrufe, 70 Likes, fünf Kommentare oder sowas. Ich finde es krass halt einfach so. Ich finde es so krass, was TikTok schafft halt einfach. Weißt du? Ich produziere ein Video, das geht 15 Minuten. Das ist recherchierte Themen. Ich habe mich stundenlang hingesetzt, tagelang das Thema vorbereitet, habe Daten zusammengetragen und so weiter. 23 Aufrufe nach einer Woche. Ich lade eine Parodie auf einen Hardware-Typen von TikTok hoch, wo ich quasi ein kaputtes Mainboard nehme und dann, ja, wenn ihr das reinigen wollt, einfach hier in eine Spülmaschine rein und so. Ja? 20 Minuten, 600 Aufrufe. Und da denke ich mir so, hm, vielleicht sollte ich anderen Content machen. Weniger Hirn, mehr Witz. Funktioniert besser. Und ich glaube, mir würde etwas fehlen, wenn ich halt diesen anderen Content nicht mehr machen würde. Vielleicht ist das einfach so die Plattform. Das eine funktioniert da besser, das andere funktioniert da besser. Ich finde TikTok gut. Klar, es gibt sehr viele Cringe-Videos, das ist jetzt nicht alle, aber ich glaube, der Algorithmus funktioniert so gut, dass du ... Der muss dich erst mal kennenlernen. Du musst dir den Algorithmus-Side geben. Wenn du dann TikTok frisch installiert hast, habe ich mir auch gedacht, was ist das für ein Schrott? Weil ich habe Klamotten gesehen, die haben mich nicht interessiert. Aber spätestens am dritten Tag kamen immer mehr Sachen, die ich interessant finde. Könnte. Und mittlerweile sehe ich eigentlich ganz selten mal irgendwelche komischen Teenies, die Tanz-Videos machen. Außer, das ist ein super viraler Hit. Ich meine, irgendwann mal kapiert man ja so halbwegs, wie halt die Mechanismen, die dahinter sind, funktionieren. Wir haben das ja vorhin erklärt, diese Bubbles und der Aufmerksamkeit und so weiter. Ja, klar, natürlich. Das sind ja die Basics, aber da steckt ja richtig, richtig viel dahinter, wo Leute sich auch Gedanken gemacht haben, wie das funktionieren könnte. Und das erschließt sich ja alles. Ja. Also, ich bin froh, dass wir nach über einem Jahr mal wieder was gemacht haben. Ich auch. Man müsste echt mal wieder ein bisschen mehr planen, tatsächlich. Man sollte wieder regelmäßiger was machen. Ja, absolut, absolut. Weil dann hätten wir auch nicht solche vollgestopften, zweistündigen Ausgaben. Ja, das ist das, da wären wir schon so nach einer Stunde fertig. Ja, manchmal muss das so sein. Ich meine, im Endeffekt, so der Zuhörer, der sich sowieso dafür interessiert, der wird sich freuen, der wird da dankbar sein darüber. Wir persönlich müssen halt erstmal den Titel raussuchen und die Kapitelmarker setzen. Das ist halt für uns immer so ein bisschen, okay, du hast ein bisschen zu viel geredet. Ja. Dann müssen wir da ein bisschen besser drauf achten. Und man muss ja auch eine Beschreibung schreiben. Der Algorithmus muss ja wissen, um was es geht. Ja, ich werde mir schon irgendwas Lustiges aus den Fingern saugen. Ja, mal gucken, mal gucken. Klingen wir schon hin. Ich werde mich da, wie gesagt, morgen mal dran setzen. Heute nicht mehr, aber morgen. Ich denke auch, dass ich es morgen hochlade, dann auch. Ich habe noch ein paar Podcasts, die ich noch schneiden muss und so weiter. Und ich denke, was wird im Laufe der Woche wird das kommen. Ja, bin ich mal gespannt. Weil ich habe, ich habe bei diesen Sachen, habe ich halt nicht diese, diese Sache, das einmal in der Woche, was veröffentlicht wird, sondern diese Sachen veröffentlich ja immer so schnell, wie ich kann. Aber trotzdem, das wird nicht so eine leichte Nummer sein. Ach, es ist, es ist, wir sind bei fast zweieinhalb Stunden, da ist einiges am Start, ne? Genau. Einiges. Trotzdem hat es mich gefreut, auf jeden Fall mal wieder so ein bisschen zu quatschen nochmal über sowas, Aktuellere Sachen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist immer wieder cool, so sich zu unterhalten. Und, ähm, ich könnte es noch sagen, was jetzt, wie soll ich sagen, die Quinteressenz von dem, von dem Podcast war, also, man sollte, bevor man Leute dumm anquatscht, oder sowas, sollte man sich die Frage stellen, würde ich das auch wollen? Und, man sollte generell mehr auf seine Mitmenschen achten, ein bisschen mehr Empathie zeigen, so, ne? Ja. Auch wenn man mal eine, eine Person des anderen Geschlechts, je nachdem, oder, oder des gleichen Geschlechts, ist ja auch wurscht, ob man die jetzt geil findet, oder sowas, sollte man trotzdem drauf achten, will ich diese Person das jetzt sagen, so? Findet die Person das gut? Fühlt die Person sich dabei glücklich, so? Ja. Genau. Sollte man sich trotzdem die Frage so stellen, das würde ich so als Message jetzt noch zum Abschluss sagen. Und, es gibt viele verschiedene Formen von Männlich und Weiblichkeit. Und, ähm, wir sind alle so unterschiedlich und so verschieden, und genauso ist das auch mit, was ist männlich, was ist weiblich, das ist auch alles so unterschieden. Und jeder ist gut so, so wie er ist. Das ist so meine Message. Ja, eben. Eben. Es ist gut so, dass wir unterschiedlich sind. Genau. Ja, hat mich sehr gefreut, mit dir zusammen mal wieder was zu machen. Mich auch. Und, ja Leute, dann würde ich jetzt für mich, für meine Verhältnisse sagen, ja, lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr möchtet. Bewertung, je nachdem, und guckt mal bei den anderen Social Media Seiten vorbei, ist kein Muss, wäre cool. Ja, ansonsten würde ich sagen, man hört sich, oder man sieht sich beim nächsten, was auch immer. Genau. Ich oder der gute Sascha macht. Ich werde natürlich seine Links, seine Relevanten, auch die Videobeschreibung packen. Und, ja, jetzt das Wort geht an dich. Ich sage, danke schön, dass wir diese Aufnahme wieder machen konnten. Und, ähm, wünsche dir noch einen schönen, restlichen Samstagabend. Ich dir auch. Tschüss. Dann, ciao. nein, ich, Ich. Ich. Die Digiäre. Ich.